2, 1, hallo auch jetzt an, an allen Leuten bei YouTube. Ähm, Facebook, äh Facebook sag ich schon, bei Twitch war man schon ein bisschen früher dran. Ähm, ich hab hier gerade noch ein paar Kleinigkeiten getan. So, ähm, wir machen gleich ein paar verschiedene Sachen. Also hier hab ich schon mal alles fertig, ja. Ähm, hier will ich das hier auf jeden Fall alles hier fertig haben und vielleicht noch ein paar Aufgaben. Ähm, Herausforderung, Winterfest ist noch ein bisschen. Dann gibt's hier hinten noch irgendwo ein Event, was wir machen können. Wo war denn das Event? Das Event ist glaube ich schon vorbei, das hab ich, ja. Obwohl, das ist offiziell. Moment mal. Ist heute Freitag? Ne, ne. Oh, was hier noch für alte Events drin sind, oder? Und für nichts bin ich freigeschaltet. Ähm, auf jeden Fall. Oh, ich hab eine Nachricht bekommen, ich bin wichtig. Ach, wir sind jetzt auch bei der nächsten Plattform live. Ähm, so, also wie gesagt, wir gucken mal, was wir hier so schön machen. Und, ähm, da reden gerade zwei. Die sind hier einfach im Livestream drin. Soll ich mich mal entmüden machen, haben wir eigentlich keinen Sound. Ah, jetzt haben wir auch ein bisschen Sound dazu. So, ich schalte mich mal kurz rein. Mal sehen, wann die checken, dass ich da bin. Halt. Hi, Olli. Hallo. Hi. Sorry für meine schlechte Qualität, ich hab das Gott noch nicht auf dem PC. Fuck, die hat auch ein Lichtschwert. Ja, die hat auch ein Lichtschwert, das hätt ich dir sagen können. Ja, wir springen gerade ein bisschen los. Warum hast du auch immer so früh gestartet? Es sind doch zwei Minuten. Nein, es sind nicht zwei Minuten. Stream startet um 19.26 Uhr. Ich bin pünktlich auf der Minute. So, wir machen gleich Winter Royale, ne? Event Details. Was haben wir denn da Schönes? Turnier Details. Winter Royale ist offen für alle berechtigten Spieler aus allen Arena-Rängen. Suche dir einen Duo-Partner auf PC. Wie sag ich auf PC? Warum eigentlich nicht auf PS4? Steige ein und räume richtig ab. Die vollständigen Regeln und Teilnahmebedingungen sind auf Dings. So, und das ist das, was schon abgelaufen ist. Nora, hast du die Package? So, ich mach jetzt mal kurz den Sound. Nee, du, ich muss noch was beim Titel ändern. Ich dachte, das Event ist noch. Aber das ist ja schon lange abgelaufen. Ja, vor allem kein Winterfest-Event. Nee, Winterfest und Event. Da ist ja ein Strich dazwischen. Weißt du, das ist fest. Aber das andere Winter-Royale ist ja auch schon zu Ende. Du hast das Silvester-Vent nicht miterlebt, oder? Nee, wie denn? Ich hab kein... Kein... Dings... Gestreamt. Gestern bei Mo. Nee, da hab ich ja auch... Ja, alle Stunde kam das Event. Ja, da hab ich auch nicht reingeschaut. Lass mal in die Sonne fangen. Was, nee, heute ist Mittwoch? Ach, heute ist Mittwoch. Heute ist kein Freitag. Was ist denn das von Scheiße? Ich dachte, ich bin eh komplett durch. Ist heute Mittwoch? Heute ist Mittwoch, ja. Komisch, ne? Ja, heute kam es da selber abgelöst. Ja, juch mich nicht. Toll, Alter, aber... Ich spiele keine, das ist so, so aktiv. Ja, ich spiele das momentan eigentlich... Eher als Fortnader, aber ich kann ja momentan nichts anderes spielen. Ich möchte mir diese Katze haben. Ich hab die schon. Nora, du hast gesagt, du machst das nicht. Ja, ich muss nur kurz eine Nachricht fragen. Ja, ich muss nur kurz eine Nachricht machen. Ja, ich muss nur kurz eine Nachricht machen. Na, du, ich mach hier gleich erstmal Gruppen, Kylo. Ach so, passt ja. Dann können wir uns ja Zeit lassen, ne, Nora? Ja. Äh, obwohl Mo ist auch gerade live, ich werde mal bei Mo in den Links gehen. Ähm, ich brauch, ich brauch noch Stunden bei dem, warte, 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 wo ist... So. Und beziehungsweise, entweder ist er schon live, oder er startet jetzt jede Sekunde. In Fortnite ist er auf jeden Fall schon mal. Ne, er ist nicht live. Ja, vielleicht streamt er, äh, spielt er einfach nur für sich so. Ja, eher als ob er für sich selbst spielt. Weißt du, wenn er live sein kann. Ähm. Ja, pfff, du spielst auch immer schon für das selbst. Wir haben letztens Roblox gespielt, ohne zu streamen. Ja, das war ne Ausnahme, da wollte ich es erstmal testen. Ähm, so, aber bevor... Ja, aber dann hat mich gefragt, ob ich gleich streamen. Das stimmt gar nicht. Das sind alles Gerüchte. Ähm, ich brauch noch den Live-Chat. Ähm, hi erstmal an Fabi. Äh, hi an... Ich muss noch kurz was bei Twitch ändern. Ähm. Hi an... Leni. Ich spreche deinen Namen... Alles gut. Aber das war ja witzig. Hehehe, das war ja total witzig. Ich hab auch gelacht. Was war denn witzig? Ich war mit deinem Live-Chat, ich bleib hinten und... So, es ist so ziemlich angenehm, weil das passt. Ähm. Oh, was fehlt jetzt mir noch? Oh, was fehlt mir noch? Das ist der Nachteil, wenn man den Stream direkt startet, weißt du? Und nicht hier erstmal wartet, äh, hier das, äh, Stream startet, gleich Dings macht. Der Twitch-Chat fehlt mir noch. Und bei Twitch schreibt sogar schon jemand willkommen im Chat. Achso, das ist der Bot. Übrigens, der Nightbot funktioniert das auch in Twitch eigentlich. Äh, eigentlich. Ne, also... Ich finde, der Nightbot, der Nightbot ist richtig streng. Ja, der ist nicht so streng wie der Streamlap-Spot. Ja, okay, da hast du recht. Der Streamlap-Spot ist noch schlimmer. Äh, so, also wenn ihr mitmachen wollt, ja, ähm... Wenn ihr mitmachen wollt, einfach, ähm... Creator-Code Klarsicht-Folie nutzen, etwas damit kaufen, dann berechtet ihr euch, mitzuspielen. Und... Das sind neue Regeln jetzt, ab heute. Nein, Quatsch. Ich hab... Ich hab einen anderen Creator-Code drin. Ich hab hier was falsch gemacht. Ich wollt mich woanders einloggen. Hast du das gehört, Olli? Was hast du? Ich hab da nicht mal deinen Creator-Code drin. Was? Hast du den von Mo drin, ja? Der große Creator-Code. Aha. Nein, ähm... Mo hat's genauso verdient. Ich weiß, ich kaufe doch eh nichts. Bring dich viel. Ähm, was wollte ich denn jetzt machen? Was wollte ich denn jetzt machen? Ach ja, jetzt weiß ich wieder. Nightbot.tv Wo ist denn der kleine Nightbot? Na, wo ist der denn? Da ist der Nightbot. Oh, ist richtig. Äh... Null hab er mal getroffen. Autorisieren. Hat er genocht? Ja. Genau den, den ich so für Schaden abgezogen hab. Wirklich. Also, es geht zu finishen. Achso, ich muss Slash-Mod Nightbot eingeben. Nein, nein, nein. Äh, gleich geht's los, gleich geht's los, gleich geht's los, gleich geht's los. Slash-Bot-Night... Hab ihn geltet? Äh, Slash-Bot-Nightbot, genau. Slash-Mod... Nightbot... Slash-Mod. Ja, ja. Wenn ich den Bot Berechtigung geben möchte, muss ich das für machen. Du hast Nightbot als Moderator. Genau, das passt. Hi, an... Oh, ich muss erst mal kurz aufstehen. Mein Rücken. Ich bin total alt. Hi, an... Wie nennst du dich? Laks-Hadi. 16-07. Hallo. Und, äh... Ne, heute ist Mittwoch. Warum ist eigentlich heute Mittwoch? Das verstehe ich bis jetzt noch nicht. Ich auch nicht. Wer braucht bitteschön Mittwoch? So. Ich lasse mein Lichtschweb hier, weil ich brauch das nicht. Nora? Ja. Sind die Commands drinne? Eins. Ne, die sind übel schlecht. Die sind mega schlecht. Ich weiß, aber Korkele, wie hat die denn da auch noch einer? Okay, der Bot wird jetzt noch nicht viel machen, aber der ist jetzt zumindest schon mal da. Ja, weil hier ist ein Stormtrooper-Ding da. Achtung hinter dir! So, ich würde vorschlagen. Scheiße. Oh no. Warum hast du Scheiße gesagt? Scheiße sagt man nicht. Hab ich ihn gehittet? Hab ich ihn sehr gut gehittet? Obwohl, ich guck mal kurz was. Ich guck mal kurz was. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Gut, äh, ne. Ich kann nicht mehr reden. Medkid, 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 Medkid. Äh, 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 so. Hier liegt welche. Alles gut, ich hab zwei. Achso, okay, das passt. Super. Ähm, ich starte erstmal nur eine Gruppenkeile. Zum Warmwerden. Ich brauch immer ein bisschen was zum Warmwerden. Äh, Nora. Die Sohn. Ja, ich mach mich. Ja, behalte ich mal ein bisschen, wenn die Sohn schon kommt. Ja. Aber ich bin erst Level 40. Ich bin noch so schlecht. Ja, das ist total schlimm. Ich hab ein Boot. Äh, 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 da, 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 da. Hier wurde eine Nachricht einfach rausgekickt. Das geht so, Olli. Put, 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 put. Komm her, Nightbody put, put, put. Richtig, genau, das hätte ich auch machen können. Äh, Heimut hast dich. Dich kenn ich irgendwoher. Ich hab dich schon mal gesehen. Ich hab dich, glaub ich, sogar, äh, gemembert. Ähm, und, äh, ich bin sogar ein Follower von dir, ja. Und, 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 und. Bekomm ich ein Autogramm? Gibt es Autogramme von dir? Ähm, ich möchte ein Autogramm von dir, Mo. Und, äh, was bekomm ich eigentlich als Belohnung dafür, dass ich letztens hier bei Mo Sarg gewonnen habe, ja. Ich habe gehört, äh, es gab da offiziell, gab es dafür 1.500 V-Bucks. Minimum. Nein, Quatsch. Ah, so, ich trink erst mal kurz, äh, alkoholfreies Bier. Hm. Von heute, von heute Nacht noch? Ja, das wissen die wenigsten, dass ich einfach nur, ähm, Ah, ich hab sogar Sound. Ist doch schön. Okay, jetzt würde ich ohne weitergehen, weil das nicht lauter ist. Gruppenkeile, es geht los, es geht los, es ist los. Was? Hallo Mo schreibt, äh, So, wo muss ich jetzt hin? Ja, 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 ja. Scheiße, ich muss da hin. Ich, ich tue es einfach. Ich bin schon rausgesprungen, das wollte ich gar nicht. Ich hab's jetzt schon verkackt. Ha, halt's auf. Ich weiß gar nicht, ob ich da hin wollte, wo ich jetzt, egal. Scheiß drauf, ich schaff das. Warum haben da drüben die Hüfte noch nicht gesehen? Nee, ich geh jetzt doch woanders hin. Ich geh jetzt doch woanders hin. Das ist doch total dumm. Wo bin ich jetzt eigentlich gerade? Ich geh jetzt. Und er wurde geöffnet. Oh, das ist ein Gegner. Das ist kurzfristig umentscheidend. Dafür darf ich gleich mitspielen, XD. Äh, du kannst immer mitspielen, Mo. Du kannst auch live gehen und so. Einmal geht es jetzt. Wer macht es hier? Alter, keine Munition. Ähm. Ja, aber gut, ich kann auch seine Waffen nach. Aber mitspielen, ich kann dir jetzt schon sagen, äh, ich bin wirklich einer, äh. Ey, Nora, du siehst mir heute alle Kills. Jetzt gib mir den ganzen Loot. Du hast mir gerade alle Kills gespielt. Ich, ich bin einer, der ziemlich schnell down ist. Oh, Mama, ich hab den aber auch gut gehittet. Ja, ich hab den auch gut gehittet. Und so weiter. Wer hat wem gehittet? Ich nehm schon die Trippe. Nein, haben beide gerade den Gegner gehittet. Aber sich dafür haben wir trotzdem gerade alle Kills. Ey, ich hab den aber viel mehr gehittet als du. Ich weiß nicht, wie viel ich ihn gehittet habe. Warum schreit das eigentlich darüber? Team Kills? Egal, Team Kills. Oh, das ist eigentlich ein Geschenk. Oh, das ist dein Team-Mate, Oli. Ne, das ist tatsächlich einer. Das schauen wir jetzt so. Ui, 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 ui. Oh, Stein, schloss du dich, oder? Ich will geschaut, wäre geil, aber... Und hier ist ein Geschenk. Äh, ich kann dir auch noch was geben. Wo würdest du am besten ein Geschenk platzieren? Direkt im Haus, ja, aber... Da fährt sich so auf. Eigentlich musst du direkt runterwerfen vor deine Füße, das ist besser. Ja, aber im Haus. Oh, scheiße, das war jetzt ungünstig. Jo. So. Äh, ich muss mal kurz den Chat lesen. Was, das heißt nicht alkoholfreies Bier, das heißt dann Apfelschorle. Okay, dann ist das halt Apfelschorle. Okay, das ist eindeutig Apfelschorle. Das ist ein russisches Kochwasser. Ja. Findest du? Ich weiß nicht, ob Olli die Videos kennt. Ich kenne die Videos, glaube ich nicht, weil mir sagst du es gerade nicht. Es ist ja wirklich viel. Okay, Olli kennt die Videos nicht. Muss ich die kennen? Ups. Scheiße, war das gerade dumm. Was ist denn jetzt passiert? Es kommt gerade jemand rein, weißt du? Ich aus Reflex schieße erst mal drauf und stelle fest, dass das einer von mir ist. Ja, das passiert. Oh, das ist mit Türen so oft passiert. Erster Reflex erst mal drauf hauen. So, 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 so. Gut, ich hab's jetzt auch nicht weit bis zur Sonne. Erst die Kleine nehmen und dann den Großen, ne? War doch so. Ja. Ja. Keiner Wartraum. Ich warte bis jemand George ist. Sonst hätten wir ein Problem mit den Sonnen. Wir haben schon einen Kill, ne? Also mein Team. Wir sind richtig Pro und so. HGW! Fabi, wie viele Kills hast du? Zwei. Oh, ne. Ich glaube nicht. Da, 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 da. Oh, ich hab immer noch Mario. Ich hab mir vorhin noch aus Langeweile, ne? Mo seinen Silvester-Stream angeschaut. Ja, ich weiß. Silvester-Stream? Bis zu der Stelle, wo du, Fabi, geschrieben hast, ne? Dass ich Apex gespielt habe mit Peer. Und warum auch immer, was ich nicht verstehen kann, dass Mo da gesagt hat, hier, ja, das war ziemlich zweideutig. Das war's gar nicht. Das war nicht mehr anderen zweideutig. RIP, Alter. Bis bald es unser erstes Mal Epex war, heißt es nicht sofort, dass es zweideutig ist. Geh halt leider auf mich an. Ja, 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 ja. Jetzt, Max, hi, tach schön, wie geht's dir? Äh, was, äh, mein Vater um 17.30 Uhr. Ich fahr mal kurz, äh, zu meinen Kollegen. Dauert nicht lange. Jetzt ist er immer noch nicht zurück. Es sind grad mal zwei Stunden. Ähm. Bei Männern heißt nicht lange, äh, dauert nicht lange, heißt so, äh, man ist noch vor Mitternacht zu Hause. Ich glaube, das heißt eher fünf Tage. Da vorne sind Spieler. Ich geh wieder rein. Das ist so typisch Olli. Nee, ich... Nee, hier oben ist noch eine Truhe im Haus und ich wollte die von außen auf, ähm, aufdingsen, weißt du? Olli, hast du den Iced Out Back Bling? Was hab ich? Hast du den Iced Out Back Bling? Nee, warum? Scham. Wir müssen die Aufgaben jetzt für dich machen. Äh, du, mir fehlen noch tausende Aufgaben, ne? Das ist unglaublich. Ich find's krass, dass jetzt noch so gut da werden, das ist gut da. Das ist halt der Vorteil, wenn du einen richtigen PC hast. Und der Vorteil, wenn man mehr FPS als Fabi hat. Ah! Du bist jetzt so. Fabi, was hast du für... Was habt ihr eigentlich für eine Leitung bei dir? Ah, ich sterbe, 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 ich sterbe. So, was wolltest du fragen, Olli? Ah! Du hast mich gerecht! Vielen Dank da... Dann, du brauchst noch Hilfe! Gut. Ich weiß keine große Hilfe, sorry dafür, aber... Hilfe und Olli! Aber ich hab den Gegner Schaden zugefügt, Stefan! Hier hinten die Insel, die hat 190 HP von 300, was das ist? Hä, was? Da hinten die Insel! Hä, die hat HP? Die hatte bei mir gerade... Ja, die hatte bei mir gerade HP! Ja, vielleicht, weil du was angeschlagen hast. Stimmt. Ist das für mich die Lobby, ne? Ja, das ist so. Das sieht so gut aus für uns. Weil man im Gruppenkeil testen, ob man da hinschwimmen kann, oder mit der große Böse... Ja, rette mich, rette mich! Ja, rette mich! Weißt du, was ich nicht verstehe, Olli? Ich muss nachladen! Ja! Mein erster Kill! Mein erster Kill! Mein erster Kill! Mein erster Kill! Ja? Weißt du, was ich nicht verstehe? Was denn? Single! Was ist Mo...? Single! Ja, ist doch gut so, dass Moge Single ist! Haha! Warum? Ja, na, weißt du, das ist doch... Immer so, weißt du, wenn man Single ist, kann man streamen, wenn man möchte, ist nicht eingeschränkt von anderen Personen... Äh, weißt du, und dann kommt, ja, lass uns mal heute was zusammen machen, weißt du, aber ich hab keinen Bock, ich will lieber streamen! Nein! Wenn du nicht mit mir was zusammen machst, dann mach ich Schluss! Weißt du? Und das sind alles Sachen, das umgeht ihr halt, ne? Also, ich kann Mo da vollkommen verstehen. Ich bin auch Single. Ja! Ja! Das war's! LOL! Ich bin fast down! Ich bin fast down! Ich bin fast down! Ich bin fast down! Ich leb noch! Ich leb noch! Ich leb noch! Ja! Zweiter Kill! Nee, obwohl das war nicht mein Kill! Äh, ich muss mich heilen! Ich muss mich heilen! Ich hab das... Obwohl, ich könnte auch einfach sterben! Ich hau mir jetzt einfach mal ein Schild rein! Okay, hier sind zu viele Gegner in dich, aber ich leb noch! Ich leb noch! Gut! Jo, das ist ein Gunther! Ah, der ist down? Ich bin seit 20 Jahren Single! Wie lange bist du Single? Nein, Mo hat gerade geschrieben, das bin ich seit 20 Jahren Single! Seit 20 Jahren Single? Also wirklich jetzt so lange? Okay, das ist ein bisschen übertrieben, Mo! Er ist 20 Jahre alt und er hatte noch nie eine Freundin anscheinend! Wo bist du... Mo bist du... Bist du erst... Mo bist du erst 20? Ja! Wusstest du das nicht? Ich hab den mindestens auf... 23, 24 eingeschätzt, ne? Toll! Ich kenn Mo... Ich kenn Mo mehr als du! Ja, na gut, du verfolgst Mo auch schon länger, ne? Ich kenn Mo durch... Also es haben immer sehr viele über Mo geredet, ja? Und ich dachte immer so, ach Mo, das schau ich mir nicht an, ne? Ähm... Warum? Und irgendwann war ich dann einmal drin und schwupp... Ich schreibe mal nur Hi und kommst dann direkt wieder weg! Wär ich nicht, ne ich nicht! Also ich schreibe zwar manchmal nur Hi, aber ich bin trotzdem noch länger drin, ne? Und wenn ich dann irgendwas finde, wo ich so denke, okay, das schreibe ich jetzt mal drauf, dann schreibe ich drauf, ansonsten... Mo hat... Ich mach jetzt mal was total beklopptes, was eigentlich total sinnfrei ist, aber ich... Mo wird... Bin ich dumm! Ich bin noch voll geheilt! Und fast 100 Abonnenten reinbekommen hat... Du bist 20? Ja, das sieht man dir gar nicht an! Du siehst jünger aus... äh äh älter aus meine ich! Du siehst schon... Eigentlich ist das ein Kompliment, wenn man jemanden jünger schätzt, ne? Aber du siehst älter aus! Reifer und erfahrener, weißt du? Ich finde nicht! Doch! Ich schon! Ich finde, Bo sieht genau richtig aus! Und ich finde für einen 20-jähriger kann er sehr gut Powerpoint... Äh Powerpoint sag ich schon! Ähm Photoshop! Wie komm ich auf Powerpoint? Powerpoint! Aber ich glaube Franzi ist aus ihren Urlaub zurück, ne? Ich muss ihr langsam mal befehlen, dass sie die Emotes macht für meinen Kanal! Befehlen! Weißt du? Ich hab schon... Ich hab direkt wieder Lichtschwerter gefunden, Nora! Wieso gibt's doch Lichtschwerter? Star Wars ist doch schon längst... Ist das überhaupt noch im Kino? Keine Ahnung... Brauchst du das nicht? Brauchst du das nicht? Brauchst du das nicht? Na, wenn du das nicht brauchst, dann nehm ich das mal, ne? Okay! Ich nehm das gerne! Oh! Ah ne! Oh, ich dachte du bist... Knock gegangen! Powerpoint mach ich auch gut! Ja, okay! Powerpoint ist ja auch jetzt nicht grad schwer! Ja, Powerpoint ist leicht! Das kann ich auch! Aber das was du in Photoshop kannst, ne? Und... Ähm... Also... Da beneide ich dich ein bisschen, ne? Ich... Das ist wieder das andere Thema... Sorry! Nein! Oh, jetzt sagt er gleich wieder... Ha! I kill! Ich bin so gut, ich bin so gut! Wo reg' ich das immer auf, wenn irgendein Dicker ein Lichtschwerter schafft? Treffen muss jetzt in unserer Runde, wenn ich überhaupt spielen würde! Ich hab keine Munition mehr! Äh, hier sind drei in ein Gebäude! Und warten auf meinen... Ich könnte Granate reinschmeißen sollen! Ich würde eindeutig eine Granate reinschmeißen sollen! Eindeutig! Das wäre sofort... Ey, da waren drei auf einen... Es waren drei Leute auf einen Haufen! Und die haben sich zugebaut, ja? Und... Keiner hat auf mich geschossen! Ich brauch Munition, eindeutig! Bot! Wie süß ein Bot! Oho... Ich fuß das, genau weil die Bot! Ich hab hier wieder keine Munition! Ey, ich... Wie süß! Ich... Das darf man nicht sonst irgendwie gewandt! Ist das hier in der Zeit? Nora, du hast schon... Ich hab... Hier, nehmt es euch! Ihr... Ihr seid besser! Nehmt es euch! Wollt sie mich grad schlagen? Das ist richtig... Ehre genommen! Würde ich sagen! Hallo? Kann das sein, dass wir böse sind? Ja, wir sind böse, Mama! Die Zone kommt, müsste genau hier enden! Na gut, wenn das keiner will, nehm ich das halt! Ich bin immer so freundlich, ich will immer gerne teilen! Was? Meine Powerpoints mache ich mit Photoshop! Ja gut, du verbindest das sehr gut miteinander! Ich brauch Munition! Die Waffe behalte ich erstmal! Ich brauch einfach nur Munition! Wo bekomm ich jetzt noch hier Munition her? Ich hätte vorher schon besser sammeln sollen! Aber hey, ich hab noch 10 Schoß! Mit 10 Schoß ist viel machbar! Ich wurde jemand wiederbelebt! Ich wurde jemand wiederbelebt! Hups, ich hab... Ja! Los! 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 Ich verwechsel immer die scheiß Reihenfolge, was man zuerst trinkt! Ähm... Von den scheiß Schilddingern! Loll! Alter! Der trifft sogar! Ich lauf jetzt als Schneemann rum, das bin ich gewohnt von Mo! Da bin ich... Ich musste bei Mo sagt die ganze Zeit als Schneemann rumlaufen! Nice Teamwork, ne? Hier ist noch einer! Süß noch ein Noobie! Ist mega! Entweder... Entweder sterben oder... Gebunt werden! Wie? Du schießt auf mich! Ich bin freundlich! Oh! Der da oben ist nicht freundlich! Ich bin ein Schneemann! Hier steckt jemand drinnen! Ich stecke! Ich stecke! Warte! Ich will nicht bauen! Ich will nicht bauen! Ich will nicht bauen! Ich will nicht bauen! Ich will schießen! Äh... Alter! Stecken! Ja! Ich nehm auch noch... 2 Minis mit! Ich bin so schlecht in dem Scheiß Spiel! Also ich bin in Apex besser, muss ich sagen, ne? Bei Apex hast du ja keine ersten Runden kill! Ich bin nicht mehr schlecht in Fortnite! Ja, ich bin doch total schlecht in Fortnite! Ich bin so als... Hä? Ja, aber davor war ich ja auch nicht mehr so schlecht! So, jetzt... Jetzt rock ich das hier aber! Ich bin jetzt mal aufgepackt! Ah! Platz 2 ist doch gar nicht schlecht, wa? Wie? Ich finde, Platz 2 ist gar nicht so schlecht! Ja, gar nicht! Also... Ali ist Mod von Mo! Die aber gar nicht mal so gut! Ach! Ali ist total gut! Also... Ali spielt richtig gut Fortnite! Ja, ja! Also ich finde... Ich finde sie ist top! Ja! Warum ist Leni gemutet? Ja! 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 Hoffentlich gefällt dir das Geschenk. Viel Glück und viel Spaß. Ich trau mir das nicht aufzumachen. Kann man sowas zurückgeben, wenn man sich schlecht fühlt? Ich weiß es nicht, da steht noch öffnen. Nein, das ist doch so ein gratis Teil. Scheißegal, das ist irgendwas und das ist viel zu viel. Oh, ich habe eine Nachricht bekommen. Soll ich auf Öffnen drücken? Ja, los, die kämpfen da vorne. Ich helfe den neuen Typen mal. Das wäre doch nicht notwendig gewesen, ja? Alle Levelbelohnung bis Level 100? Ich muss mich kurz heilen. Hast du gehört, Fabi? Alle Levelbelohnung bis Level 100? Nein, war ein Spaß. Ich habe noch nicht auf Öffnen gedrückt. Ich drück drauf. Öffne, öffne, öffne. Und dann ist das gerade das Geschenk, was es im Shop gibt. Astra! Episch Outfit. Das hat er nicht gemacht. Ach, das ist doch nicht weiter. Da ist noch was weites mit drin. Da ist noch was weites mit drin. Da ist noch was weites mit drin. Vielen Dank, das sieht ja richtig geil aus. Ey, das ist direkt ausrüsten. Das bekommst du irgendwie wieder. Ich weiß noch nicht wie, aber ich lass mal was einfallen. Und da ist noch was zweites. Weißt du, was noch drin ist? Funkelstern! Das epische Rückenaccessoire. Ist es gerade. Ausrüsten. Nicht dein Ernst. Ey, das sieht richtig geil aus. Das gefällt mir. Nicht dein Ernst. Er hat Olli 1500 Apex geschenkt. Ist es wirklich 1500? Ja. Also alleine der Skin ist 1500. Ey, ich will jetzt nicht sagen, das ist zu viel. Was, was? 1500 sind wie viel in Euro? Der blieb wieder! Schnell! 1500 sind wie viel in Euro? Ähm... 15. Ey Mo, das geht nicht. Ne, Achtung! Nein, nein! Rennen, Nora! Du solltest rennen! Nicht rückwärts laufen. Rückwärts laufen. Das ist eindeutig zu viel, Mo. Äh, It's Max. Ja, was soll ich machen, It's Max? Ähm... Mo, wenn du live bist, warte ab. Wir betteln uns. Ich find drauf was... Sieht man eigentlich, was die andere Person nicht hat? Fabi, weißt du das? Warte mal... Ja, das sieht man. Weil das macht ja Sinn, ne? Dass man weiß, äh... Was die Person noch... Was die Person noch nicht hat. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat mein... Mo ist... Oh, Mo hat genau den selbst... Dings jetzt. Hi Mo. Ja, hier, der Skin kostet 1500 mit Backflink. Mo, du hast überdreht, eindeutig. Ja. Mo, wenn wir jetzt Duo machen, verlieren wir... Also, musst du alleine spielen wahrscheinlich. Ähm... Komm mit Teams machen. Mo, möchtest du, ähm, in Discord kommen? Ich zieh dich dann. Oder bist du... In-Game reden, oder? Hä, geht dein Mikro denn in-Game? Weil du drückst ja immer diese Tasse zum Reden, aber es geht dann ja nicht. Warte mal, ich weiß gar nicht welche Tasse ich da... Also, ich glaub, ich hab das nicht eingesteppt, Pustu Talk. Ähm... Ja, dann musst du auf das Mikro anmachen. Dann musst du gar nicht mehr ne Tasse drücken. Ja, ich warte jetzt noch kurz. Übrigens, ich spiel der Zeit mit... Nee, Mo, ich bin gar nicht mehr online. Ähm... Mo muss noch online. Also, er ist auf jeden Fall bei mir grade im Dings. Mhm. In der Lobby. Ich meine, in... Hä, lol. Bei mir ist der gar nicht online. In der Lobby von Fortnite, ne? Ah ja, bei mir ist der jetzt... In der Lobby von Fortnite, ja. Jetzt ist der bei mir... Okay, der ist abwesend. Das hab ich noch nicht gesehen. Alter... Ey, ich bring dich um, ich bring dich um. Mo, ich bring dich um. Warum? Ich seh jetzt nicht wieder ein Geschenk. Was soll das? Wirklich? Ey. Nicht sein Ernst. Hat er nicht gemacht. Hat er nicht gemacht. Wie soll ich das wieder gut machen? Ey, er sorgt grad dafür... Er sorgt grad dafür, dass ich ein total schlechtes Gewissen habe, ne? Das sind halt immer auch so Sachen, die ich natürlich auch so gerne hätte. Wahrscheinlich kommt jetzt so mein Favorite-Emo, den du bekommst. Öffne mal. Falls du noch nicht geöffnet hast. Kann man das irgendwie zurückgeben, ohne dass man es öffnet? Nein. Du musst es öffnen. Anders geht's nicht. Ich drück rauf, okay? Okay. Wenn das jetzt mein Lieblings-Evote ist, dann raste ich aus. Das sind wieder zwei Sachen. Und zwar? Bärenbrigadeset. Was soll das, Mo? Mit denen hab ich dir sogar... Ich kann nicht mal mehr reden. Ich hab dich sogar gesehen, dass du damit rumgelaufen bist. Ja, ähm... Gestern. Was ist das zweite? Bis auf den Kiemen durchgefrorenen Teil des Bärenbrigadesets. Okay, das gehört hinten nochmal dazu. Okay, also das Set find ich nicht so geil. Das Astra-Set. Ist halt... Also dieses, ähm... Kosmokraft... Kosmoskraft-Set. Ist halt übelgeil. Also ich bleib jetzt erstmal als Frau. Ich schenke dir jetzt auch noch gleich mein Lieblings-Emote. Kleine Schritte. Das wär so traurig. Äh... Du, ähm... Ich geh offline, wenn er jetzt doch irgendwas macht. Wer kann das trotzdem schenken? Mann, das ist doch... Äh, Mo, warum tust du das? Äh, Mo, wie sieht's das eigentlich aus? Ähm... Ich weiß gar nicht, ob du überhaupt noch im Stream bist. Ich muss mal ganz kurz einmal... Ich muss dich mal irgendwie anschreiben. Wie kann ich Mo anschreiben? Hier unten ist ein Chat. Guck mal ein Chat, ähm... Bei YouTube. Ich schreib einfach mal, kommst du? Discord? Fragezeichen. Was hat er denn so für Ränge? Äh, Lucy, hi! Wie geht's dir? Und, äh... Brud... Was? Brudibattle? Oder Brudibattle? Eigentlich heißt das ja Brudibattle, ne? Wird dann mit Doppel-D geschrieben. Brudibattle. Willkommen. Schön, dass ihr reinschaut. Wie geht's euch? Ähm... Ich gehe. Hat er dir auch was geschenkt? Ich bin weg, ne? War schön mit euch, ja? Ähm... Tschüss. Oh, das hat er nicht getan. Uff, Alter. Ja, er hätte noch was geschenkt. Ey, wenn das jetzt wirklich mein Lieblings-Emoot ist, dann... Mo... Wie viel Geld ballast du in dieses Spiel bitte rein? Hallo. Ich muss einen Kredit aufnehmen, dass ich das Mo irgendwie alles wieder zurückgeben kann. Und du hast das schon geöffnet? Ne, hab ich nicht. Ich war mal kurz weg, ich muss mich mal kurz abreagieren. Und hab mir einen Energy aus der Küche geholt. Kannst du es bitte öffnen? Wenn es mein Lieblings-Emoot ist... Mo... Wie viel Geld steckst du bitte in dieses Spiel rein? Das ist nicht dein Lieblings... Also... Hoffentlich. Das ist schon ein Grund, ja? Weißt du, was... Für was er jetzt sorgt, ja? Ich hab auch einen Creator-Code, ne? Creator-Code, klar, sich wohl. Ihr könnt ja gerne nutzen, wenn ihr wollt, ja? Aber ich werde jetzt für die nächsten Sachen, die ich mir hole, werde ich Mo seinen Creator-Code eingeben. Alleine schon, weil er so ein Ehrenmann ist, ja? Und hier einfach das einfach mal so macht. Ohne Grund... Also, was? Ja, ich ziehe mit, aber ich kaufe mir eh nicht wirklich was, weil... Ich mach das da jetzt nicht auf. Ähm... Hm. Das weite Energy heute eigentlich viel zu viel. Weil es auch die großen Dosen sind. Aber ich hab's gebraucht jetzt. Ich... Ich drück jetzt da rauf. Ich mach das jetzt auf, okay? Ja. Ja. Es gehören immer zwei dazu. Kleine Schritte. Kleine Schritte? Jetzt kommt von Nora noch ein Geschenk rein. Hallo? Könnt ihr bitte aufhören? Was hast du nicht gemacht, Nora? Was hast du nicht gemacht, Nora? Nora, was hast du gemacht? Ich hab ihn... Ich hab ihn... Ich hab ihn... 200 V-Bucks. Ja, ja. Also, warte. Du hast kleine... Du hast kleine Schritte bekommen, oder? Du wurdest beschenkt, Mo. Kleine Schritte. Äh... Kleine Schritte... Äh... Tue ich sofort ausrüsten. Das gefällt mir. Ist jetzt nicht sein Ernst. Vielen Dank, Mo. Ist jetzt nicht sein Ernst. Aber wieso? Warum tust du das? Das kostet doch alles. Ist jetzt nicht sein Ernst. Du kannst... Warte mal. Du kannst... Aber ja, was soll ich... Was soll ich... Mit dem... Mit dem Wechsel. Kleine Schritte. Ja, mit dem... Mit dem Billigdingern, weißt du... Das ist doch hier... Guck mal, Star Wars, weiß ich... Hat er glaub ich schon alles. Er hat nicht kleine Schritte rausgehauen. Doch. Ey, Mo. Hast du nicht gemacht. Wieso? Was ist damit? Erstens, das kostet schon von den V-Bucks. Und das ist so ein kleiner Emote halt. Und zweitens... Es ist auch noch mein Lieblings-Emo. Hat er nicht gemacht. Wieso? Hast du kleine Schritte nicht, oder was? Nein! Das kann ich mir den nächsten Battle Pass nicht kaufen. Das ist doof. So, guck mal. Was... Was hab ich denn alles? Guck mal, hier vorgestellt. Ich habe übrigens Astra. Ich hab das... Das andere da. Ähm... Was hab ich noch? Nachtlicht. Lightshow. Wahrscheinlich lädt. Wahrscheinlich holt er sich die V-Bucks und kauft dir dann direkt das nächste. Wahrscheinlich kauft er dir den ganzen Shop, ne? Was... Was ist ein Schritt? Ach, das ist Schrittwechsel. Ja, das ist auch ein Emote. Äh... Kleine Schritte, das meintest du, ne? Kleine Schritte, das ist mein Lieblings-Emo. Es gehören immer zwei dazu. Ja, das ist so ausgehauen. Also... Schrittwechsel hat er auch rausgehauen, oder? Nichts. Kann ich das? Nee, hat er nicht. Wie viel Geld... Wie viel Geld hat er jetzt gerade ausgegeben? Warte mal. Ich weiß das nicht. Das muss man noch zusammenrechnen. 500 V-Bucks sind schon mal 5 Euro. Ja. Plus dein Astra-Paket sind dann schon mal 20 Euro. Und plus nochmal diesen, ähm... Diesen Eisbären-Skin... Dieses Paket... Sind's dann insgesamt 35 Euro. Mo, warum machst du das? Warum schreib doch Mo nirgendwo, weißt du? Das macht mich gerade verrückt. Er kommt nicht ins Discord. Er schreibt nicht mehr im Chat. Weißt du, er schreibt nicht mehr im Chat, ja? Nix. Keine Ahnung, was da denn los ist. Er schenkt einfach sowas. Danke, Oli. Wie, was? Du hast mir was geschenkt. Nein. So. Ähm... Das ist doch... Ähm... Seid ihr noch in der Runde oder so? Ich schiele hier gerade mit Mo alleine. Du kannst in der Gruppe weitergehen. Ah... Er spielt Mo noch Gitarre? Äh ne, das ist Ukulele. Das ist die kleine. Müsste Ukulele sein, oder? Ne, ist das eine Ukulele? Keine Ahnung, was das ist. Ist das irgendwas? Ist das irgendwas? Äh, Fabi, wo bist du? Ich hab sie gerade eingeladen. Äh, warum, warum, warum kommt Mo nicht? Hallo, ich bin auch nur da. Hallo, ich bin auch nur da. Ich muss mal kurz... Ich bin wieder da. Los, komm. Tret dir Gruppe bei. Äh, habe dir FA geschickt. Heißt, er kann ich gerne später annehmen, weil jetzt sind wir gerade... Hauptsache sind zwei haben das Astra-Paket und dann kommen wir mit diesem... Los. Ich warte mal noch drauf, dass Mo... Das Mo... Warte mal... Welche Taste drückt man normalerweise im Dings? Normalerweise T, aber ich weiß nicht, was du hast. Ich drück einfach mal... Hallo? Die, bei T passiert nicht. Ich drück mal Y, ja? Hallo? 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 Ich drück alle Tasten. Ich glaub Y geht, kann das sein? Ne, ja. Wie jetzt? Ja oder nicht? Soll ich auch mal probieren, Fortnite zu spielen? Kannst du gerne machen, Lucy? Kannst du mal kurz Y drücken? Oh, Mo hat sich grad geändert. Hallo, Fabi. Oh nein! Mein Lieblingskin. Mo, möchten Sie sich bitte ins Discord begeben? Ich... Ähm... Du weißt schon, ne? Discord? Also... Discord... Do you know what Discord is and so? Hoffentlich. Wenn nicht wär's traurig. Oh, Montana Black is live. Juhu. Gut zu wissen. Ähm... Aber ich hab gar keinen Skin. Doch, du hast einen Standard-Skin, wenn du spielst. Und dann kannst du nach und nach... Lucy, wann bist du eigentlich mal wieder live? Ich hab dich schon Ewigkeit nicht mal live gesehen, ne? Du musst mal einfach mal wieder live sein. Ähm... So, was ist jetzt hier? Wollen wir jetzt einfach starten? Aber wir hören dann Mo nicht. Mo muss eigentlich in den Discord kommen. Ja, warte. Hallöchen. Ach, da ist er. Hallo. Warum tust du das, Mo? Was denn? Na, was? Bist du ja ganz unschuldig, Dude. Ich hab 35 Euro ausgegeben. Das war... Ne, hab ich nicht. Ich... Achso. Ich hab grad für 200 Euro V-Bucks aufgeladen. Warum tust du? Ja, du musst aber nicht alles von mir reinspeiten. Hast du das gefahren, oder? Das hast du nicht gemacht. Was denn? Verdienst du mit deinem Creator-Code zu viel, oder was? 200 Euro. Nö. Fast. Oh, Mann. Ja, ja. Olli, ich würd sagen, Teams reinmachen? Äh, ja. Teams auf jeden Fall. Ähm. 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 Aber Ehremode. Lucy, ich bekomm von dir keine Benachrichtigung, gar nix. Das ist irgendwie total dumm. Äh, das ist wirklich Ehremode. Das ist eigentlich... Wie gesagt, das ist eindeutig zu viel, ja. Und jetzt hab ich automatisch ein schlechtes Gewissen. Jetzt weiß ich noch nicht, wie ich das wieder gut... Äh, wie ich das... Weißt du, was ich meine? Es waren nur zwei Skins. Oh, Mann. Wie kann es sein, dass jemand meiner Gruppe beitritt, obwohl wir voll sind? Das geht. Wenn du öffentlich hast, kommt jetzt meine ganze Armee jetzt. Nein. Kein Ernst? Oh, wenn jetzt die ganze einde Family reinkommt. Es können mehr als vier Leute reinkommen? Sechzehn Stück. Ja, klar. Du kennst dich gut in Fortnite aus. Ja, sag ich doch, so Teams. Ich dachte, bei Teams gehen... Ich dachte, bei Teams gehen vier Leute. Ja, bei Teams geht vier Leute. Ja, ich drück jetzt einfach mal auf bereit. Ey, Mogum, hast du diesen komischen Skin? Hä, das ist die abruptante. Die ist nice. Die ist... ja... Guck mal, mein Skin an, Moses. Der ist cool, ne? Die kennst du noch nicht, wa? Warte. So ist besser. Das ist wirklich Tabak. Okay. Ähm... Oh, Charlie. Da ist... Es kommen jetzt gerade noch... Jetzt sind wir automatisch wieder auf Gruppenkeile, weil Leute... So können wir es nie starten. Ja, dann mach doch deine Gruppe auf privat. Ja, ich will aber ohnehin Leute rauskicken. Äh, wollen wir jetzt einfach mal Gruppenkeile machen? Ja, ist mir egal. Gruppenkeile noch was... Kick den raus, auch immer das ist. Kick den raus und mach auf privat. Wer auch immer das ist. Guck mal, ging schon freiwillig. Jetzt auf privat. Äh, ja... Bis ich auf privat gedrückt habe, ist schon wieder jemand drinne. Äh... Ich hab Gruppeneinsch... Ich hab's eigentlich auch nur Freunde. Ist ja seltsam. Äh... Vielleicht können jetzt Freunde von mir und so weiter... Ja, aber ich dachte, es können nur Freunde von mir beitreten. Aber warum ist das hier warum drin? Der sieht geil aus. Wie viele Skins hast du, Mo? Äh... Fast knapp 100, glaube ich. Ich hab einen kleinen Bucket gerade, ne? Wir sind zu viert. Wir sind zu viert und ich kann nicht mehr von Gruppenkeile auf Teams umstellen. Achso, aber mir gehört die Runde. Ach, dir gehörst du? Ah ne, doch nicht. Hä? Ähm... Du bist ja auch bereit, Oli. Ja, natürlich. Ich muss erst... Natürlich geht das dann. Ey, ich bin sowas von durch. Ich bin übrigens das schlechteste Fortnite-Spieler überhaupt, ja? Ne, obwohl doch, Ali ist besser. Oh, danke, dass ich das so sage. Oder was würdest du sagen, Mo? Äh, du bist auch schlechtest. Also... Also... Moor-Skin ist... Moor-Skin ist das Beste, okay? Oli, äh, kann man Skins verschenken? Ja, man kann Skins verschenken, wenn man sich Skins gekauft hat. Ähm... Und Skins kosten echtes Geld, beziehungsweise V-Bugs. Echtes Geld? V-Bugs sammelst du auch ein bisschen im Spiel? Wenn du halt levelst... Ich hätte gedacht... Ich hätte gedacht... Äh, V-Bugs kosten, äh... Geld für Monopoly, das... äh... Ne? Bist du schon? Genau, das kostet Monopoly Geld. Kannst auch mit Monopoly Geld ein bisschen. So, wo gehen wir hin? Ja, keine Ahnung. Bei keinem... Hat's doch gestartet wahrscheinlich. Doch, bei mir. Ja, bei mir hat's auch schon gestartet. Ich bin schon im Game. Bisschen voll drin. Ja, ey. Ah... Mo, wie viel FPS hast du? 250. Junge, du hast so viel FPS. Was du meinst wie FPS einfach? Olli, du hast genau so viele... Olli, komm mal her. Mach mal, mach mal mit. Äh, was machst du denn gerade? Ja, 60. Der hat... Dieser Iconic Skin. Perfektes Squatzen. Ja, absolut. Ja, ich liebe diesen Moro. Der ist so geil. So, wo gehen wir hin? Keine Ahnung. Olli. Äh, wie gesagt, du brauchst kein Echtgeld unbedingt. Ähm... Wo, wo ist dein Landesspot? Mein Landesspot ist in Weeping Butts. Wo, dann gehen wir jetzt dahin. Ich bin schon rausgesprungen, Alhard. Ja, wir sind alle schon... Ach so. Ja, siehste. Weiß ich doch, natürlich. Hallo. Denkst du, ich bin doof? Weiß ich, ob ich das nicht weiß. Ah, ich bin aber... Es ist alles so neblig, ich seh nichts mehr. Olli. Wo ist die... Wo ist die... Geil, der Schneesturm. Ich liebe es. Season 7 war auch so geil. Warst du in Season 7 überhaupt schon geboren? Ich weiß erst grad nicht, wie lang gibt's Fortnite. Zwei Jahre. Ja gut, dann warst du wahrscheinlich schon geboren. Äh, nein, ganz sicher warst du da doch nicht geboren. Genau, ich bin zwei Jahre und spiele Fortnite und war schlechter als Ali, weil Ali hat mich ja auch gekillt in Custom Games bei Mo. Ja. Das find ich immer noch traurig. Und ihr seid sicher, dass hier niemand weiter ist, ja? Ich fühl mich hier so unsicher. Olli, du fühlst dich doch immer unsicher. Ja, ich weiß, ich bin auch immer der Erste der Tod... Mich wundert sehr, dass wir, äh... In Solo bin ich immer richtig gut. Da komm ich immer richtig weit, weißt du? Einfach hier... Ja, weil du camst wahrscheinlich. Nein! Ich spiel... Hallo, ich und Cam. Ich weiß nicht mehr, wie Cam geschrieben wird. Glaub ich hab mich grad selbst gemobbt, oder? Ja. Kann so sein. Ja. Also ich bin mir ja ganz sicher, wenn ich dabei wäre, wäre ich die Erste, die sterben wird. Ja, dann, dann, dann wird es sein halt, dass du dir Fortnite holst. Ja, aber ich bin nicht so sicher. Äh, nein. Äh... Lieber nicht. Ups, das war ich nicht. Auffälliger geht's gar nicht. Ist hier noch was drinne? Nee. Nicht so wirklich. Äh... Wie heißt... Was? Wie heißt du bei Fortnite, Luciana? Ich weiß nicht... Hat sie überhaupt schon einen Account? Das klingt grad so, als ob sie noch nicht mal einen Account hat. Ich weiß... Und wie viel habt ihr schon? Ich hab schon eine Waffe. Und das war's. Ich hab schon eine Waffe. Ich bin komplett blau. Pfff... Warst du eigentlich gestern blau? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee. Ich wollte... Ich wollte so gestern, weißt du, da wo ich meinen Stream beendet habe... Ja. Wollte ich dir noch ein frohes Neues... Ach ja, frohes Neues übrigens. Wollte ich dir... Wollte ich dir ein frohes Neues. Das hast du nicht um die Uhrzeit ange... Ja, ich dachte, da ist man normalerweise noch wach. Ich war schon am Pendant. Okay. Hätte ich auch so voll durchgezogen. Bis um neuntel. Das war aber auch nach meinem Stream. Ja, ja, ich war ja bis um halb drei lang... Ja, nach dem Stream hast du noch einen Discord getillt mit deinen ganzen Leuten da? Nein, ich bin noch ins Bett gegangen. Hm. Ja, in Discord war er gar nicht mehr. Er war auf Beschäftigt und ich dachte, okay, Beschäftigt... Ja, da stehe ich nicht mehr nach einem... Beschäftigt ist man ja... Ähm... Eigentlich immer. Oh, hier mal einen blauen Raketenwerfer. Ich hab grad nur zwei Waffen. Ähm... Also ich brauch generell... Ach, hier ist ne Waffe, hier ist ne Waffe, ist das geil. Wo ist denn eigentlich die Zone? Ach, wir sind ja voll drin. Das ist so toll. Was denn, ey? Ich muss erst mal gucken, ne? Ich spiel dieses Spiel noch nicht so lange. Also... Wenn man zusammenrechnet... Wie länger als ich? Wenn man zusammenrechnet, spiel ich das Spiel einen Tag. Oh... Das war ich nicht. Ja, ja. Oh, es wird geschossen. Ne, wirst du nicht. Da schießen welche. Ich bin bewaffnet. Oh, da ging noch mal. Ja, ich hab auch einen. Komm von hier. Okay. Yo! Mo! Das ist so typisch, wenn man mit Mo spielt. Hab ich schon gestern mir so gedacht. Hä? Was hab ich getan? Ich hab grad zwei Leute getötet. Das wollte ich gar nicht. Das tut mir so leid. Das hat er bei mir auch schon gemacht. Ähm. Ja. Ich brauch irgendwas, um mich wieder hoch zu pushen. Ist hier irgendwo Kohle? Ich brauch was anderes auch. Ja, ich hab Medikit. Komm her. Oh, wo bist du? Oh. Oh. Ich brauch grad von dir weg? Ich mag dich nicht aus, Mo. Ich mag dich nicht mehr. Schreibt Lucy gerade. Nein! Oh, es ist so nervig. Wo willst du denn hinwiesen? Rutschst du so weg? Bleib doch hier. Oh, es kommt ein Fortnite-Gamer. Folgt uns auf Twitch. Hi! Mo. Boing, Fortnite-Gamer. Danke schön fürs Reinschauen und so. Und danke für dein Follow. Was macht denn die Nora da ganz hinten alleine? Ich bin weggerutscht wegen Mo. Ich war das nicht. Deswegen bist du da ganz ganz hinten. Du bist grad auf der anderen Seite der Map. Gar nicht. Was? Ich war's nicht. Ach du, das ist ein Gegner übrigens. Öh, von wo kommt der Gegner her? Ihr sagt das schon ohne Gemälde. Ich hab ne Idee, ich hab ne Idee, ich hab ne Idee. Ist es, ist es normal, dass die jetzt mittlerweile nackt werden, bevor die sterben? Was? Dass die was? Bei mir werden die Gegner nackt, bevor die sterben. Das war vorher, das war, das war vorher nicht, oder? Und du spielst du die 18er-Version? Ist es bei euch nicht? Ihr verarscht mich grad, das ist es bei euch auch, oder? Nein. Wenn bei mir ein Gegner stirbt, dann ist er vorher nackt. Wenn er auf dem Boden liegt. So, dann hast du vielleicht den FSK 18-Mod drin. Ey. So wie Mo bei Synth. Das ist wirklich so. Ich seh keinen Scheiß. Pöses Mo. Ja, ja, chill. Ich meinte... Achso, das ist das andere. Hier ist noch ein Schneemann. Hi Schneemann. Ähm. Olli, kommst du mal? Ja, ich komm. Ich komm jetzt auch ein bisschen schneller. Ich bin schon mal weg. Ist ungelangweilig. Ich komm keine Gegner mehr auf. Ja. Übrigens, äh, zu 60% bin ich dem Fortnite gestorben, weil ich grad auf dem Handy geschaut habe. Nur so zur Info. Ja. Und nicht, weil ich schlecht spiele. Absolut nicht. Aha. Ja. Ähm. Ah ja. Laura? Ja, warte. Also. Okay. Was? Wollen wir jetzt irgendwo campen, bis noch 10 Gegner da sind? Dann lohnt sich das. Dann schaffen wir das sicherlich. So. Ja, ja. Bin wieder da. Lucy, bist du jung oder Mädchen? Lucy is man, nicht? Ja, ich auch. Das sag ich jetzt nur aus dem Grund, dass Lucy nicht irgendwelche Anmachsprüche bekommt und so weiter. Ähm. Mir schaut jemand zu. Mir schaut nie. Doch, mir schauen auch welche zu. Ich weiß gar nicht, wie viele jetzt gerade live sind. Äh, wie viele live sind. Ach man. Ich bin noch. Du bist einfach nur durch. Ich bin durch, weil Mo hier das Böse getan hat vorhin. Hä? Hä? Ja, ich war total überfordert, weißt du? Bei 1 war ich schon überfordert, wo ich das gesehen habe, was da überhaupt drin ist. Weißt du? Und dann kommt dann noch weiß ich was hinterher. Bei 1? Ja, bei dem ersten Geschenk von ihm, weißt du? Das fand ich schon zu viel. Theoretisch könnte ich dir auch was schenken, aber dann kann ich mir in den nächsten Bälle passen. Weißt du, einen Banner oder so? Weißt du, so einen Banner hätte ich okay gefunden, weißt du, für 200 Dings oder weiß ich was. Ja, da würde ich ja noch sagen, okay. Ne, der hat gar nichts gekostet, den Nora dir geschenkt hat. Der war gratis. Ja, ne, ich meine ja jetzt, weißt du, sowas würde ich dann noch so im OK-Bereich gelten lassen, weißt du, aber... Das ist so wie Les Glatt letztens. In Mo's Stream. Was denn? Der wurde einmal erst 22 auch rausgegangen hat. Oh, da vorne sind Geschenke! Aber das ist immer gefährlich, wenn man da hingeht, oder? Das sind sicherlich Leute. Da sind Bluedrops, oder? Was ist denn da? Ah, da ist schon alles geplündert, so wie es aussieht. Wo hast du denn da hinten? Jetzt, Mann! Ich bin ein Baum, ich muss im Wald bleiben. Mo, musst du die nächsten Tage arbeiten? Ja, morgen. Ach du Arme. Ich hab noch frei bis Freitag, ich muss Samstag erst wieder. Was genau so schlimm ist, glaub ich. Da hab ich frei. Samstag mal alle frei haben, heißt er. Hallo, bist du ein Feind? Ne. Gegner! Ja, ist nicht weiter schlimm. Die tun uns schon nix, wir sind zu viert. Was? Sie greifen uns an! Hast du Großschaden genommen, Nora? Hier ist ne goldene Waffe, will jemand die goldene Waffe haben? Die ist scheiße. Die kann nicht genau werden. Oh, ja gut. Ja gut. Gut zu wissen. Vor allem ist das ja nicht mal ne goldene Waffe. Noch besser eigentlich. Das war doch... Aber trotzdem, ne schlechte Waffe. Eine schlechte goldene Waffe. Hier stehen so viel Schnee, meine Damen. Von Events sind die immer noch mal ne andere Farbe. Und das war ja von Star Wars Events. Ach Mo, weißt du, ich muss dir was beichten. Hast du immer nicht chillen? Was denn? Ich weiß nicht, ob ich dir schon das erzählt habe. Bei, bei Mossack, ne? Ja. Ich hätte da eigentlich schon früher sterben müssen. Ich bin nämlich... Ja, das hat man leider nicht gesehen, weil du warst im Stream auch weiter weg. Da, wo wir springen, also nicht springen sollten eigentlich, ne? Ich bin versehentlich gesprungen. Aber weil so viele gesprungen sind, wurde ich nicht getötet. Ja, muss ich mal sehen. Hab ich dich... Was macht die da? So ein richtig gieriger Baum. Einfach den Schlürfisch vor der Nase gegessen. Schießt jemand auf uns? Nein. Nö. Wenn Fabi denkt, es wäre eine coole Idee, auf eine Tankstelle zu schießen. Oh, war kommt hier der nächste Bus? Mein Auge tränt, mein rechtes. So. Oh, es wird stürmisch. Wahrscheinlich, dass du dir das gebrochen hast. Was ist das? Nein! Was war das für Musik? Wie? Das hab ich mich auch gerade gefragt. Das war sicherlich wieder Mo. Oh, der Schneesturm. Ach nee. Ja, wahrscheinlich war das Mo. Nein, das ist mal, wenn hier ein Lootdrop runterkommt. Ach so. Seit wann ist da ein Sound? Ach echt? Oh Lucy, äh... Weil hier ein Lootdrop dreck neben uns ist. Ich kann jetzt gerade nicht sterben. Ich würde gerne deine Nachricht freigeben, aber jetzt gerade... Wie alt bist du, Lucy? Ja, ich weiß, wie alt Lucy ist, aber ich sag das nicht. Achtung, hier sind welche. Wo seht ihr die denn? Ist ja gar nix. Hier ist noch ein blauer, blauer... Hier ist noch ein blauer Werfer. Schneeballwerfer. Ah, ich brauche Raketen, ich brauche Raketen, ich brauche Raketen. Liegen auch da. Die sind in die Richtung. Ich bin froh, dass ich es noch eigenermaßen an euch sehe. Ja. Bestimmene Audience sind die. Foxy Lee schreibt Mo stinkt. Warum denn das? Foxy! Also ich kann es nicht beurteilen. Ja, die sind hier unten. Die sind hier unten. Aber... Jo, ich bin runterfall. Das macht nichts. Hoffentlich kriege ich jetzt keinen Scham. Ich habe keinen Scham bekommen. WAH! Ich war alle! Ich habe Scham bekommen. Dieser Song... Mann, ich sehe hier auch nix in dem Scheiß hier. Äh, ja, da. Haben wir jetzt einer? Haben wir ihn? Was? Wo seht ihr euch Gegner? Ich sehe hier nur mich. Und ein bisschen euch. Da. Da müssen wir hin? Was ist da? Da sind Gegner. Schön, dass du das siehst. Ich lese mal den Chat nebenbei, ja? Ja. Foxy, du auch, wird ja schon geschrieben. Lucy, du am meisten. Ah, ihr mögt euch. Ist jeder schon. Ähm. Ach, das ist total scheiße, den Chat zu lesen im Kampf. Ich habe gehört, bei dir war gestern so richtig was los, war? Äh, ja. 100 Zuschauer, da kann man schon mal... Hast du eigentlich... Mir war so, als ob du so... Nein, wurde ich nicht. Mir wurde... Ich habe so mitbekommen, dass du am Anfang gesagt hast, heute wird es ganz entspannt, heute machen wir auch keine Custom Games, weil lohnt sich nicht. Hoffentlich keiner. Und dann hattest du auf einmal 100 Zuschauer. Und dann hattest du auf einmal 100 Zuschauer. Und dann... Ja, um eines Custom Games. Ja, also insgesamt über den ganzen Abend hatte ich über 200 Zuschauer. Oh, das geht schon mal. Wo wahrscheinlich 5, 6 Personen immer dieselbe Person waren. In der Zeit, genau dort war ja gerade ein Gegner. Ich habe auch noch Mad Kids. Ja, ich habe das nicht ausgesprochen, weißt du, wegen hier ähm... Oli, Oli, nimm doch mal das Mad Kids. Gegner. Ach, mir bügelt's aber eigentlich ganz gut. Ich habe auch noch Mad Kids. Ich versuch's mal, kümmert dich... Ja. Geht euch mal bitte um mich, ja? Also nicht um mich, sondern... Hier ringsrum und so. In 4 Sekunden bin ich mit. Ach so, das geht an, äh, jetzt Max. Okay. Dort auch. So. Ey, da schießt jemand. Einfach so. Ich seh ganz genau von wo die Schüsse... Ah, wo macht das von hinten? Das ist gut. Hab zwei. Von hier. Nein. Habi! Die haben alle den gleichen Skin. Die belämen jetzt den Teammate wieder, weil ich den mit dem Raketenwerfer gekehlt habe. Habt ihr beide gekillt gerade? Ja, doch nicht. Ich hab's noch nicht mehr so richtig wahrgenommen. Ich hab das ganze Team hier bei mir gelöscht. Ach ja. Ich hab zugeguckt. Ich kann mir das... Die haben jetzt einen Raketenwerfer. Sau auf, was sollt ihr schießen? Ja. Oh, Nora. Hey, du hast doch einen Sniper. Und einen Raketenwerfer. Jo. Und wenig HP. Wir machen den Weg frei. Ja, die gehen auf den Weg. Die gehen auf den Weg. Die gehen auf den Weg. Ich hab anscheinend gerade die Runde verlassen. Ich hab anscheinend gerade die Runde verlassen. Ja, die haben Lichtschwerfer. Also wir sind jetzt schon mal Platz vier, ne? Fabi hatte keinen Bock mehr und ging einfach raus die Runde. Steht hier. Hey, nein. Ich hab... Ich hab nichts gemacht. Ich bin einfach rausgeflogen gerade. Beobachten. Laura, siehst du mich? Ah, vielleicht geht's jetzt. Kommen sie her. Bin dabei. Würdest du vielleicht hier mal eine Wand bauen? Ist meine Karte noch klar? Äh, ist zu spät. Ne, ich bin gar nicht mehr in der Match, oder? Ne, ich glaub du bist... Scheiße, jetzt kommt doch noch die Zone. Und wie kommst du nicht mehr drauf? Mo, Mo macht das schon, Mo macht das schon. Der wüsste alle. Mo spielt gar nicht mehr mit Pump. So. Natürlich, wer hat da mir oben nichts mehr angezeigt. Ähm. Sorry, aber ist, äh, kein Drama. Was, ähm. Ihr schreibt hier gerade alle untereinander. Ich komm mit dem Chat gar nicht. Haben wir eigentlich auch irgendwo hier, äh, Moderatoren im Chat zufällig? Hier auch mal mit. Wieso hast du denn gerade am Start? Ich weiß es nicht. I like, ähm, hentai and Memes. 69, danke für dein Abo. Ähm. Jetzt kommen alle von Mo. Ich weiß es nicht. Ich hab einen Stream vorhin geteilt. Wie? Wieso hast du das getan? Wie hast du das getan? Acht Leute hast du. Acht Leute. Hallöchen alle zusammen. Deswegen kommt auch der Fall. Shiny Wolf, hi. Wieder da. Ich hab gar nicht mitbekommen, dass du überhaupt da warst. Sorry. Melina. Melina. Foxy. Mo rockt das jetzt für uns. Ja. 2 vs 1 ist das hier. Direkt vor dir. Du hast Minis. Sechs Leute schauen Mo zu. Okay. Ähm, Mo. Gib dir doch Minis. Ich war mal bei Mo, bis er mich rausgeschmissen hat. Wieso hat er dich denn rausgeschmissen? Achso, du bist ein Mod. Ja, Foxy ist ein Mod von Mo. Und I like... Achso, okay, du kommst auch von Mo. Schön, dass er reinschaut. Das ist ja sehr, sehr. Wir schauen auch gerade... Eigentlich streamt Mo gerade, ne? Weil er macht hier gerade alles. Aber ich glaube, das wird ein bisschen knapp für ihn. Ich weiß gar nicht mal, ob er überhaupt noch sieht, was er tut. Nein. Aber hey, Platz 2. Dank Mo. Bei mir steht Platz 4. Platz 2. Weil ich aus der Runde rausgeflogen bin. Das kann sein, ja. Ich stehe Platz 4, weil ich aus der Runde rausgeflogen bin. Foxy ist guter Mod. Steht hier, okay. Ja, Foxy. Äh, ich geh mal hier raus aus der Runde, wa? Ich kann aber nicht rausgehen, weil da was im Weg ist. Jetzt kann ich. Und, bin ich durch zu bereit? Hab ich schon, aber es dauert mal ein bisschen. Ja, bei mir steht, dass du jetzt erst bereit bist. Ja, GD, ja vielen Dank. Das wird jetzt sicherlich was. Ich bin fest davon überzeugt. Ich werde auch, glaube ich, morgen alles schon mal umbauen. Das heißt, morgen wird mein PC wahrscheinlich komplett umziehen. Ah, ich weiß bloß noch nicht, wo ich die grüne Wand befestige. Das wird noch so lustig, aber... Ach ja! Oh, Happy New Year, Buddy. Willi, 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 Willi. Willi, Willi, Willi! Du warst weg? Willi. Was? Kimi schreibt, ich seh dich? Was sieht mit dem Baum so witzig aus? Kimi, wo siehst du mich? Bist du jetzt in... Was? Foxy, du bist guter Mod. Aber ich schreibe alle, dass Foxy ein guter Mod ist. Ich kann es nicht beurteilen. Ich seh ja auch. Ich weiß jetzt nicht, ob sie es ist oder nicht. Hä? Bist du kein Mod bei Mo mehr? Bist du kein Mod bei Mo mehr? Was? So, wo fahren wir jetzt hin? Fuck. Nee. Eine Busfahrt, die ist lustig. Wo ist denn unser Bus? Ich glaub wir sind an der falschen Haltestelle. Ach nee, da. So, gehen wir jetzt hin? Ich würd sagen zum Leuchtturm. Das ist ja Ollis Lieblingsplatz. Ja, genau, da gehen wir hin. Was für ein Leuchtturm? Guck mal, wo der ist, der Leuchtturm. Weißt du, was das geile am Leuchtturm ist? Wenn irgendwelche Leute oben landen und du unten abbaust. Ich hatte letztens drei Kills. Hab ich schonmal gemacht, die sind alle gestorben. Ich hatte letztens drei oder vier Kills auf einmal, weil das ganze Team oben gelandet ist und ich unten abgebaut habe mit Fabi und so weiter. Das war so geil. Wir hatten insgesamt vier Kills, glaub ich. Ja, ja, ich glaub das ganze Team war oben, ne? Ja, ja, das ganze Team war oben. Die haben leider zu lange gebraucht bis nach unten. Aber ich find wir haben einen ziemlich weiten Weg bis da drüben. Ich hab von ganz oben runter zu springen, ohne Schaden zu bekommen. Äh... Hä, du bist doch noch Mod? Ich bin verwirrt. Eigentlich hab ich... Was? Eigentlich hab ich mit... Rausgeschmissen gemeint wegen seinem Hund. Du hast nicht alle Nachrichten gelesen. Du checkst es nicht. Ja, ich hab nur die Hälfte der Nachrichten jetzt gelesen, weil ich die ganze Zeit hier konzentriert im Gefecht war. Was hast du denn für einen Hund überhaupt? Einen Hund? Keine Ahnung. Hund halt. Was? Klasse, bitte. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Hund. Es hat vier Beine. Ja, und bellt. Und bellt. Wenn man rauftritt. Großer oder kleiner Hund. Kleine Hunde sind süß und groß. Mittelgroß. Na, nicht so eine Rattel. Nee. Von wo kommt der Hund eigentlich auf einmal her? So, machen wir jetzt einen Kill? Nein, da ist keiner oben. Alter, wo? Es regnet. Da sind... Da Lichtwärter? Lichtwärter! Ja. Ja. Echt? Ja. Jeder kriegt ein Lichtschwert. Ich krieg auch. Okay. Es ist scheißegal, welches ich nehme. Ähm. Mo ist nicht hier? Nee, der fährt mit seinem Boot grad unten rum. Mo. Soll ich Luke's Schwert nehmen, oder was? Ach nee, er nimmt doch eh kein Lichtschwerter, Mo. Hast Lichtschwörter. Die sind scheiße. Die sind... Das ist das einzige, womit ich mal gewinnen kann. Dann stirbt man. Ja, du spielst ja auch im Nahkampf mit Sniper. So wie Ali. Ja und? Ich bin halt noch nicht so gut. Ich weiß noch nicht, für was welche Waffe am besten ist. Hier. Und selbst wenn ich's weiß, dann hab ich's bis zum nächsten Mal wieder vergessen. Schon traurig. Spätzeit auch einfach länger als ich. Aber... Wie's scheint, hast du ein Kurzzeitgedächtnis. Ja, das kann natürlich sein. Aua. Hallo? Da ist ein Fremder. Aua! Was habt ihr getan? Aua! Aua! Doch! Ist doch eh niemand in dem Haus. Doch, wir. Kommt die Zone schon oder schült die noch? Die schült noch, he? Ähm, die schült noch. Also das... Hat jemand zum Leibermoden? Ich hab eigentlich schon. Ne. Äh, das willst du nicht wissen. Glaub mir. Lucy, sag mal. Please. Ähm, Epic Name. Okay. Da macht sich jemand an... Ach nee, das ist ja... Wo ist Lucy jetzt eigentlich hin? Ist Lucy noch da? Hat Lucy jetzt schon mittlerweile ähm... Wollen wir mal in die Zone laufen? Warum denn? Ich fühl mich hier wohl. Wollen wir nicht warten bis wir hier sterben? Ach nee, wir sind ja gar nicht Gruppenkeile. Wollt grad sagen, wollen wir nicht hier warten bis wir sterben? Uh, XP Münze. Wie kommt bei den anderen ran? Ich hab ne Idee. Ja, ja genau. Hab sie ja gesagt. Ich muss einfach nur nicht ran springen in die Nähe. Loll. Haben wir noch Zeit, ja, oder? Äh, ja funktioniert sehr gut, Nora. Ja, doch. Guck mal, das geht. Ohhhh. Jaja, toll. Ist halt nur ein bisschen mehr. Ich schwebe. Obwohl, die hat nur 5 Schuss. Aber die ist glaube ich... Wo ist denn Olli? Äh, ich komme, ich komme, ich komme. Ich komme. Hat hier mal einen Sniper, Woni? Nein, leider nicht. Ich liebe mein Lichtschwert. Wieso war Mo auf einmal so gut vorher? Weil ich nicht live bin. Komm ich hier den Berg hoch? Ah, ich muss bauen. Ich hasse bauen, ne? Ich bin keiner, der gerne baut. Wir sind wirklich hier hochgekommen. Was? Wie sind wir eigentlich gerade hier hochgekommen mit dem Boot? Ah, ich fahre, ich fahre wieder runter. Ich habe, ich habe nichts eingesammelt, um weiter zu bauen. Hallo? Ich komme noch nicht hoch. Ne, wir fallen runter, wir fallen runter, wir fallen runter. Ah, ich bin drinnen. Ey, guck mal. Danke fürs Abholen. Bau ist noch mit dem Lichtschwert. Was? Hat irgendjemand vor allem eigentlich den Lobchen? Was? Bau ist doch mit dem Lichtschwert? Achso, ich hätte es mit dem Lichtschwert abbauen können, ja. Wir werden jetzt da rüber springen können mit dem Lichtschwert, da kannst du weiter springen wird. Na, jetzt fahren wir ja, ne? Wo fahren wir jetzt eigentlich hin? Wieso? Ich habe noch ein bisschen Hunger. Können wir noch irgendwie zu Meckes oder so? Äh... Äh... Nicht droppen, nicht droppen, nicht droppen. Äh, ich habe... Sechs Stück habe ich davon. Ah, das ist während der Fahrt ein bisschen ungünstig, glaube ich. Ja... Können wir nicht die ganzen Gegner einfach umfahren? So, warte, jetzt. Ja, kann man. Ähm... Soll ich? Ja, ich brauche... Äh, warte mal. Du meinst doch die hier, oder? Ja, genau die. Danke. Bitte. Ähm... Du darfst Ehren. Okay, wer schießt denn jetzt hier? Das sind alles nur die Leute von uns. Da helfen die Leute. Ah, ne. Ach... Nora, die tickt wieder aus. Wo ist denn mein Schwert eigentlich? Ich weiß eigentlich ganz... Also... Also... Zum Einsammeln ist, äh... Lichtschwertersbeste, oder? Oh, ich noch mal Lichtschwerter. Wolf-Digga, hi, tachschön! Mo, du sollst mehr reden. Mo, du sollst mehr reden. Hallo, ich rede. Geil. Hallo, hallo, hallo. Oh, hier ist ne Waffe. Will ich die? Olli, die Zone. Ich komme. Das war das. Das war ein... Ach, die Zone ist ja gar nicht so weit weg. Das schaffe ich noch, in der Zeit kann ich lesen. Ähm... Hashtag Stöp. Dankeschön! Äh... Jo, McDonalds wäre jetzt echt gut. Ich bin voll für Meckes, ne? Äh, Fabi, du wohnst am dichtesten. Wollen wir's für Meckes noch? Ja... Meckes ist gleich direkt bei mir. Ich glaube, ich hab jetzt voll die Arschkarte. Also ich wohne direkt neben Olli, ne? Olli entführt Kinder. Er ist Jo, Olli. Ja, aber ich lass dich... Ich lass dich aber... Ich lass dich aber... Ich lass dich aber ziemlich schnell wieder frei, weil sie unvernervig werden. Ähm... Ja, ja, ich werd nervig. Ich weiß. So... Also, wir waren vorhin alle im TS und ich hab aus Versehen zu Olli, Jo, Olli gesagt. Ja, ja, richtig, weißt du? Irgendwas wolltest du... Jo, Olli, ähm... Hast du das grad wirklich gesagt? So aus Versehen! War jemand im Busch? War jemand im Busch? Das Lustige ist ja, dass ihr ihn noch nicht mal so heißen. War jemand im Busch, Leute! Leute, hier war jemand im Busch. In diesem Busch? Ne. Wir hatten einen Busch. Hat der eine Pump? Nö. Schade. Oh, was ist denn das hier schönes? Ah, hier steht ein Fernseher. Ne, irgendwas zum Durchsuchen. Ich drück' mal rauf, ja? Äh, das ist ein richtiger. Aua! Vor allen Dingen... Vor allen Dingen, Fabi ist noch an dem Busch vorbeigegangen und hat noch reingeguckt und hat ihn aber nicht gesehen. Ey, nein, ich hab da nicht reingeguckt. Das sind die... Ja, du bist aber vorbeigelaufen. Ja, ich bin vorbeigelaufen. Das kann sein. Ähm. Aua. Aua! Ich komm mit dieser Tastatur nicht... Du sollst mich nicht rumschmeißen. Ich komm mit dieser Tastatur nicht zurecht. Ich hab' den anderen wieder gesnipet, aber die kommen noch nicht schämt. Ich hab' den anderen wieder gesnipet, aber die kommen noch nicht schämt. Ich glaub wir bekommen gleich eins auf die Fresse. Ich wollt's nur mal so gesagt haben. Hinter uns, hinter uns. Pom wo kommt ihr denn her? Hey Pom wo kommt ihr denn her? Ich hab mega viel Schaden auf die Zone. Ich muss mich heilen, ich muss mich heilen. Ich muss mich heilen. Ich muss mich auch heilen, aber ich hab was am Heilen, warum nütze ich das nicht? Zone kommt. Ist mir jetzt egal, ich muss mich erst zu Ende heilen. Sonst bin ich gleich weg. Ja. Kannst du mich kurz ziehen? Du bist doch ein Nierer. Nee nicht mehr. Shit. Wie weit ist es denn, dass du... ach du scheiße. Hm. Ist ja ein Stückchen zu laufen, wa? Ach da seid ihr lang. Hm 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 hm. Wäre lustig wenn hier so einer drin sitzen würde. Wenn, hätte er ja auch gleich die Arschkarte. Oh, ich hab so mega wenig... Ähhhhhhhhh. Von hinter euch kommt der... ach so. Ich find das total geil, wenn ich die Nachrichten mal schon lese, wenn es schon nix vorbei ist, weißt du? Ja, ich hab gestern bei Mario Party euch wirklich sogar geholfen. Und da hast du das erste nachgelesen. Ja, ich weiß. Allein wo du gesagt hast, dass die eine Karte irgendwo rechts war, ne? Ja, ich wusste es ja. Nimm doch Medikit. Ja, das hab ich jetzt auch schon gelesen. Und Befehle haben wir doch nicht so wirklich viele, ne? Also zum Thema Nightbot und so. Oh, Mo hat ein Schwert, obwohl er das nicht mag. Das wurde außen sehen immer in den Tal gesetzt. Oho. Anscheinend spielt noch eine zweite Person auf seinem Account. Ja, gerade jetzt. Ja, ja, genau. Er redet nur und ein anderer spielt. Weißt du, er hat noch nie... Ja, ich spiele auch zwei Accounts gleichzeitig. Du, er hat noch nie selbst gespielt, weißt du? Weil er total schlecht ist. Er hat immer auch jemals noch Gameplays laufen. Von YouTube. Ja. Hat jemand... Nicht Schwerte! Ey, wie viele Lichtschwerte wir diese Runde schon gefunden haben. Die Runde ist krass, ne? Ey, die Zone kommt übrigens immer noch. Ich geh schon mal wieder raus. Oh, sag du! Ich bringe den... Oh, ne. Ich dachte, das geht hier noch unten. Aber es ist doch nur Schnee. Shiny Wurfing. Oh, du bist so lustig. Äh, Mo kann mit dem Schwert doch alle Schüsse blocken. Ja, theoretisch. Ja, das ist die gescheiße. Theoretisch kann das praktisch... Ich glaube, wir gehen direkt weiter. Obwohl, Loot Drop. Ich bräuchte immer ein bisschen Heilung. Naja, Schill bräuchtest du ein bisschen. Ja, auch. Äh, ich hab ein Schild noch übrig. Aber das ist halt so... Ja, Mini. Äh, hier sind die noch. Wir nerven wieder. Ja! Äh, ich hab neun HP. Nein. Aber hey, du lebst noch. Zum Glück. Oh, komm, Oli. Komm, Oli. Du reißt. Ja, ich... Ich hab... Ich hab den hinter mir nicht gesehen. Das ist nur noch einer. Wir haben alle gekillt. Ey, Mo! Dein Ernst? Warte, ich komm doch! Hörst du mich am Leben? Bist du so nett? Danke! Ah, Mo rettet mich. Mo ist so nett. Was? Was? Da kommen welche. Achtung, da ist einer. Ich liege schon wieder. Lass mich liegen, kümmere dich erstmal um die anderen. Ich hab kurz aufm Chat geguckt, weißt du? Und schon... Ich wusste gar nicht, dass ich schon wieder stehe. Lass mich aufm Chat gucken. Ja, ich hör auf damit. Mo, du hast nen Mad-Kit. Jetzt warte. Kann ich euch einsammeln? Nein, das kann nur Mo. Weißt du, wäre lustig, wenn ich euch einsammeln kann, ja, und Mo mich einsammelt und dann... So, was haben wir denn hier liegen jetzt alles? Kannst du dich erstmal looten? Kannst du meine Karte auch noch holen? Warte, die Zone kommt. Wo sind die? Direkt über Olli. Olli, geh weg da! Ja, ne, danke! Ich werde jetzt eh gleich weg sein. Ich bin... Tu das nicht! Ich bin noch zu Jungs zum Sterben. Ich hab nur noch 5, 4, 3, 2, 1... Ich bin tot. Du bist am Leben. Ich weiß. Danke! Oh, der stimmt gleich direkt wieder, warte. Ja, also, es fehlt mich mal. Vielen Dank fürs Retten. Ja, Mo hat halt Ehre, ne. Ach, ja, Mo. Aber ich lieg gleich eh wieder, wahrscheinlich, wenn ich nicht aufpasse. Ich sollte mal... So, Zone. Wo kann man die einbeinen? Hier, komm her. Kann man... Können wir überhaupt noch wiederbelebt werden, Mo und ich? Dankeschön. Ja, ja. Oder in der Saumenehne. Sechs Leute. Ich... Wir können... Ich kann die Karte nicht öffnen, Flo. Ich auch nicht. Ah, dankeschön. So. Boah. Der hat halt voll geleckt. Das schmeckt knapp. Oh, Mo hat kein Lichtschwert mehr. Mein Trinken ist leer. Oh. Ich hab immer noch 2 Flaschen mehr. 2 komplett volle. Hier ist das letzte Team. Ja, brauchen wir es dazu? Das vorletzte Team. Also, ich lose ab. Das sag ich jetzt schon, aber... Oh, das letzte. Keine Ahnung. Oh, das war sogar ein Volltreffer von mir. Oh lol, Oli. Das ist eher... Das war eher ungewohnt von mir. Nein! Los, schieß ihn ab, schieß ihn ab. Nein! Schieß ihn ab, schieß ihn ab. Schieß, drauf, da, da, da. Schieß, gib alles. Du musst nachladen. Finish den Typen erstmal. Ja, mach mal. Wo ist er? Ich weiß nicht, auf einmal war es weg. Er kam von oben links, von links, von links oben. Aber der andere... Der andere muss nicht mehr fielen. Ja. Ich hab ihn gehittet. Ja. Er hat mich erwischt. Er heilt sich. Oh, das war so knapp. Schnell während er sich heilt. Ja, wo heilt er sich denn? Ich seh ihn grad gar nicht mehr. Ach, da. Hab ihn. Nein. Die letzte sind zwei. Ja, jetzt gibt's ein 2 gegen 2 hier. Ach, die Scheiße. Ich muss jetzt einmal bis das Sohne schaffen. Ich bin schon wieder rum. Brich fest. Äh, Oli hat wenig AP, ne? Ja, ich bin schon eigentlich schön. Aber das wird, das wird was. Oh, danke. Wo ist die... Was ist denn ges... Das rollt doch, das rollt runter. Ach so typisch Oli wieder. Ja. Ne, ich weiß wer das ist. Ali wieder. Das ist Ali, ich höre, dass er sich wieder runterrollt. Warte, von dahin schießts. Ah, aus dem Wald. Ah, Moment. 5 Sekunden. Ah, das sind zwei einzelne. Oh, ja. Lass sie kämpfen, lass sie kämpfen, dann habt ihr noch einen. Ah ne, die kämpfen gegen Klonetruber. Hab einen. Soh, nur noch einer. Nice. Oli schießt von hinten, schießt drauf, schießt drauf, schießt drauf. Einfach auf das Gebaute. Sodass sie, sodass sie nicht bauen können. Ich pfusch rein. Schießt, 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 schießt. Ja, ja, ich muss erstmal... Ich hab ein kleines Mundi-Problem. Ich hab immer Munitionsproblem, das ist doch... Mann. Hilf mir! Der trifft! Nein! Nein, Oli! Ja. Okay. Das ist der letzte Mal. Wir haben verloren. Der hat für 28 HP. 28? Ey, ich sehs grad. Oli, du hättest einmal treffen müssen. Ja, ich glaub einmal hab ich sogar getroffen, oder? Bloß beim letzten Mal hab ich verkackt. Noch ein weiteres Mal. Ach, ja. Wo ist denn der Lobby? Ich seh grad Oli schießt mit der Schrotflinte. Ja, ich hatte nichts mehr. Das andere... Die Munition war leer. Ähm, ich geh jetzt mal zurück zur Lobby erstmal. Weil ich muss mal gucken. Ich hab, glaub ich, wieder ein paar Level-Belohnungen. Äh, hi Stormfire. Mir... was? Mir ist ein Funke-Heuler voll ins Gesicht geflogen. Angeschult. Wer meint, für 2.000 Euro sich, ähm... Kann er es euch so holen? Angeblich, ja. Mo ist sozial, ja. Mo ist immer sozial. Also, Mo ist mehr als sozial, ja. Mo hat immer recht. Mo hat auch immer recht, genau. Bei er ist der Mo-tastisch. Oh, ich hab Gegengift. Was, mehr hab ich nicht dafür bekommen? Dafür, dass ich so... Also, dass ich mal ein paar Treffer hatte? Fabi ist noch im Met, aha. Ja, wir haben bereit gedrückt. Ach so, du bist doch im Match auch bereit. Ach so, jetzt check ich's. Hä? Bist du schon in der nächsten Match? Ne. Ne, ne, ne. Ich dachte jetzt, weißt du... Alles okay. Ich trink doch kurz Energy. Ey, ich hasse die komischen Energy. Also, eigentlich find ich die geil, die da oben wieder verschließen kannst, ja. Aber jedes Mal, wenn man die Teile wieder aufdreht, kommt erstmal ein Spritzer ins Gesicht. Du brauchst Energy von Mo. Rockstar. Ne, Rockstar mag ich irgendwie nicht. Das geht nicht. Bist du bald's Hintergrund wird? Na. Ja. Werd ich auch sehr lange warten. Äh, naja, tut nicht mehr so doll weh. Ähm, habe noch 2,5 Liter Cola Flaschen neben mir. Ja, dann trinkst du, dann fang mal an. Mach mal so'n... Weißt du, mach mal so'n YouTube-Video, wo du einfach mal die 2,2 Liter Flaschen austrinkst, ja? Ja. Problem ist, ich hab nicht mein Discord. Ähm... Ich hab bei Irina auch recht viele Flaschen weggeext. Ja, aber dann kannst du ja nicht toppen. Du hast ja gesagt, ich will mir noch nichts. Ah, ja. Ach so. Okay. Warum, warum tue ich jetzt hier eigentlich schon was farben? Okay. So, mein Ziel ist es, ganz viel, ähm, Munition jetzt zu sammeln, dass ich das Problem wie eben nicht mehr habe. Nach der Runde lad ich mir erstmal schnell Discord runter. Ach, du hast gar keinen Discord? Ist ja lustig. Bin ich auf dem PC. Ja, das nehm ich. Ja, das nehm ich. Weil ich hab ja heute noch'n PC bekommen. Na, vor ist ja wohl schon cool. Ey, wo, wo denn jetzt? Ey, ihr habt alle auf Holy Hedges da, wo jetzt gleich, wo jetzt hier Massenangriff ist. Ja, das ist unser Main-Spot. Wo gehen wir jetzt hin? Da, wo wir jetzt schnell sterben. Da, wo wir schnell sterben. Okay, also hier vorne. Wie kann man da hingehen freiwillig? Also, normalerweise sterben Nora und ich dort nie. Du, um was wetten wir? Wenn ich gelandet bin, bin ich schon tot? Das kann man natürlich nicht sagen. Ich hab also so ne Frage noch. Ist das selber ne große Datei? Naja, es gilt so. Ich glaub, ich weiß nicht, wie viel Gigabyte die haben. Ja, sonst würde ich mir das auch unterladen, weil ich hab... Das ist jetzt... Da spielst du es weiterhin auf dem Laptop. Hä? Da spielst du es einfach weiterhin auf dem Laptop. So, Munition Nummer 1. Ich muss mir noch meine Fotos rüberziehen. Also, ich leb noch übrigens. Ich bin noch nicht gestorben. Und ich hab sogar schon ein bisschen Munition eingesammelt. Oh, Mosen hat noch ein Haus gelandet. Ich habe eine Waffe. Aber auch nur eine. Ey, das ist die ganzen Tür. Ich hab mich schon missbrauchen. Ich hab noch nix. Da ist jemand, da ist jemand. Ja. Was für ein Zufahr, dass hier jemand ist, ne? Ich hab sogar ein Bild von dir in deinem Zimmer hängen. Ich hab auch ein Bild von Anna hier hängen. Das ist das. Oh, Geschenke. Geschenke. Nimm, 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 nimm. Bevor du stirbst. Hab ich schon. Dann ich die Lila. Ihr habt schon Waffen, oder? Ja. Ja, ich bin noch bei der Suche, aber... Ah, hier ist ne Truhe. HGW. Hab getroffen! Hab ihn, hab ihn noch? Aber hey, ich hab zumindest eine Waffe. Fuck. Oh. Wer hat denn das da vergessen? Ich hole mich wieder. Oh, fängt das schon gut an da hinten bei euch. Das zum Thema. Hier stellen wir ihn nie. Ja, aber... Ja. Oh, Mann. Ich bin nicht euer Ernst. Das war fast fertig. Mo! 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 Wahrscheinlich gleich kriegt der Ager bei sich. Nein! Nein! Wehe, Mo! Er wartet, er wartet, er wartet. Mo! Uns hat eine Sekunde gefehlt! Mo! Eine Sekunde! Das kann aber nicht wahr sein. Oh! Nein! Wo? Wo? Mir reicht's. Wahrscheinlich würde das eh gleich wieder machen. Wie lange? Jo! Wo? Wie lange hatten Loga noch, bis sie stirbt? Ach so, da ist er dabei. Noch ein bisschen. Ja. Guck mal, wir müssen öfter machen. Aber wir sind auch gut für die Waffe. Wir sind auch gut voll auf die Munition. Dann nehme ich ihre Munition. Wir sind auch in der Nähe von der Zone, also das passt ja alles. Ich such mal kurz, ob ich noch irgendwas finde. Warte. Mo, stell dich mal bitte. Da hin. Ich bin nicht so doof und schön, während du mich runterkriegst. Nein, nein, nein. Du musst jetzt Nora so runterziehen, damit sie wieder stirbt. Ich will Munition. Ich will Munition. Ich habe auf keine Waffe Munition gerade. Ja, was brauchst du? Ah, hier liegen ein paar Pistolen rum. Das sind wahrscheinlich die von Mo. Ich nehme die einfach. Oh, hier ist eine Angel. Pump und AR. Okay, MP nicht mehr so viel dabei. Scheiß drauf, ich nehme jetzt die ganz viel. Tom, ich bitte jetzt alles. Hier. Mo, hier, ich habe eine Waffe für dich. Hier. Ich habe genug Waffen. Eine Waffe gegen eine Angel, wer will. Ne, ich habe die, ich habe die Angel schon wieder weggeschrieben. Oh. Habt euch Schlag noch ein bisschen. Wie viele Pants hast du jetzt, Fabi? Äh, 19. Ich habe vier. Ich habe nochmal was gefunden. Soll ich dir was geben? Hier. Oh, hier sind die beste Waffen. Ihr braucht die Waffen hier alle nicht, ne? Ich würde jetzt nicht... Obwohl, die hat nur zwei Schuss. Okay. Echt? Oh, ja. Oh, ich kann nicht aufgeben. Ich glaube selbst dieses Sturmgewehr ist, weil... Ja, das ist ganz gut. Oh, ja. Mo geht schon in diese so um. Äh, Verbandskäst... Äh, Verbandszeug. Haben wir da genug? Äh, ich habe gar nichts. Gut, dann nehme ich einfach mal das hier mit. Das war jetzt Billigzeug, aber das heißt nichts. So, weiter geht's. Was denn du sonst? Ja, gar nicht. Stormfire schreibt gerade alleine im Chat. ShinyWolf, wir später. Weißt du was? Du hast mich stutzig gemacht auf McDonalds. Ey, du, ich habe jetzt auch total Bock auf McDonalds, ne? Also ich... Das Dumme ist, wenn ich gleich zum McDonalds fahren würde, ja? Ich weiß ganz genau, wenn ich wiederkomme, ja, ist mein Parkplatz weg. Dann kann ich vielleicht wieder am anderen Ende der Welt parken, wo ich dann morgen... Fahr mit der Bahn zu mir. Bei uns der McDonalds ist richtig geil. Ja, dann müsste ich aber auch erst mal zum Bahnhof mit Auto fahren. Weil ich lauf nicht. Draußen kalt und so. Zu viel Sport, glaube ich. Ne, die Sache ist ja auch, weißt du, wenn ich jetzt alleine mit Auto dorthin fahren würde, dann würde ich wiederkommen, würde keinen Parkplatz finden. Und dann müsste ich hinten bei der Kita parken, wo ich morgen früh umparken muss. Wir haben... Also Olli, Steffen... So, dann kommen wir von Moro. Äh, von Moro, genau. Ah, von Moro. Von Olli. Ja. Ich habe mal einen vegetarischen Monat gemacht. Und... Ähm... Alle haben abgenommen, bis auf Olli, der hat zugenommen. Der hat heimlich gedrascht. Äh, ne, das ist wirklich so, ne? Also, ähm... Wenn du dich wirklich einen Monat vegetarisch ernähren willst, äh, dann hast du automatisch deine Fressattacken, weil du nicht alles essen kannst. Da habe ich mir so viel Süßigkeiten reingestoppt und weiß ich was alles. Also... Es hat am Ende wirklich nichts... Das ist aber so typisch Olli. Was soll das jetzt heißen? Der meinte vorhin, er ist zu faul, sich was zu machen. Er bestellt sich immer was. Hab ich dann gesagt. Und warte, ich habe dieses Jahr noch gar nichts bestellt. Ich habe dieses Jahr... Ich wollte gerade schon sagen, ich habe dieses Jahr noch nichts bestellt, ja? Ja, ich auch nicht. Bevor mich da umfasst... Ey, aber ich habe dieses Jahr schon geduscht. Oh. Oh, he. Darum ging es vorhin im Stream ja auch. Genau, geduscht habe ich dieses Jahr auch noch nicht. Ich habe um 2 Uhr Nacht geblieben. Wer duscht sich denn schon? Wo ist du? Jo, bei mir! Ja, hier sind mega viele schon mal aufgefallen. Arbeit! Fuck! Wir sind tot. Aber ich habe einen Tandom gelockt. Danke. Ich habe beide Ehre. Immer die Männer überleben. Heißt das nicht eigentlich, Frauen leben länger? Ja, aber nicht, wenn sie beschossen wären. Hallo? Brauchst du... Ach ne... Gefällt mir jetzt grad... Oh Mann! Will ich mich da jetzt? Eigentlich müsste ich ja... Über Bord mit ihr! Hilfe! 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 Ich fühle mich gemobbt! Oh Mann! So ein Schwimmring. So ein Schwimmring. Ich glaube ich heim mich jetzt einfach ohne Nora. Okay, die Zone kommt gleich erst. Kannst nicht bitte noch mal jemand killen? Ich muss ne Mission machen. Ich muss ne Mission machen. Ich muss jemand aus dem Sturm in die Zone tragen. Ja, das höre ich auch noch. Also ich möchte jetzt gerade noch nicht sterben. Du hattest doch vorhin die Chance bei mir. Warum hast du mich da nicht rübergetragen? Da habe ich nicht dran gedacht. Achso. Ich habe gerade einen ganzen Squad gekillt. Herzlichen Glückwunsch, das schaffe ich. Ich schaffe vielleicht eine Person von dem ganzen Squad und danach bin ich... Das haben wir schon mal gemacht, Olli. Ja, aber wir zusammen. Das ist der Unterschied. Ich höre hier irgendwas. Aber jetzt nicht mehr. Ich weiß noch, wo ich mal mit Fabi gespielt habe. Fabi auf K musste und ich noch richtig schlecht war und auf meinem Laptop gespielt habe. Und ähm... Haben wir irgendwo hier Mini-Schilder? Und als ich dann den Squad gespielt habe, dann ist es überhaupt nicht so. Ich weiß noch, als Nora auf K essen musste, mitten in der Runde. Und ich einfach alleine gegen alle Durace gehen musste und Zweite geworden bin, weil die letzten so richtig geschwitzt da waren. Und ich hatte übel viele Quilze. So. Braucht noch irgendjemand Minis, Nora? Zu spät. Hat sich gerade erledigt. Ähm, waren wir nicht so, ne? Ja. Obwohl, die kommt ja, die kommt ja erst in 30 Sekunden. Ist ja noch Zeit. Und es ist auch nicht weit. Ja, es ist auch nicht weit. Wir müssen nur über Wasser. Äh, Oli? Ja. Brauchst du ein bisschen Munition? Äh, warte mal, ich hab glaube ich jetzt tatsächlich... Oli, du hast ja gesagt, du bist in der Zone. Äh, ein bisschen was hab ich, aber ein bisschen mehr wäre auch nicht schlecht. Ähm. Was brauchst du denn? Alles. Ich muss haben. Ne, ne, es passt glaube ich bei mir. So oft schieße ich eh nicht, weil... Warte, Nora hier. Warte, Nora hier. Wo sind die Raketen hier? Die keine. Die hier nur die Raketen. Äh, der ist hier hinten. Äh, hi holy shit. Wurdest du schon wieder gesperrt? Da sind die schon weg. Achso, jetzt schreibst du bei Twitch noch. Hier hinten waren irgendwo... Oh, komm mal hier. Ah, ich mache Spaß. Es wird lustig, es wird lustig, es wird lustig, es wird lustig, es wird lustig. Ach, hier sind sie, da. Ja, das war ich. Warte, ich bin jetzt mal für einen Papu für mich, ich hab sieben Schuss. Ja, hier. Ich sehe sie nicht, diese Raketen, weil ich schon hab. Kann ich auch meine Waffe endlich nachladen? Lol. Äh, jetzt. Mit dem Baum sah es irgendwie süß aus. Da, 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 da. Verdammt, ich bin in 10 Minuten wieder da. Gehe zu, McDonalds. Aus welcher Nähe kommst du denn? Könntest du über, äh, Oranienburg dann kurz zu mir kommen? Ja. Oh, Mo wollte auch. Alle haben den Mod aus dem Mod. Lol. Mo aus dem Mod auch, oder? Ja. Ja. Ja, ja. Mo, wie weit es dein nächstes Mac ist? Äh, ne Stunde. Talian. Was? Wirklich? Ich wohne hier auf dem Dorf. Ja, gut. Meinst du, ne halbe Stunde. Oh, Mo. Ja, das sieht man, das sieht man bei, manchen Instagram Stories von dir. Ja. Gut. Ich komm mit dieser Tastatur nicht klar, ey. Ey, wir sind voll mittig in der Zone, aber... Das ist die gleiche Tastatur wie ich. Also sogar ich komm ja klar. Also bitte. Ja, aber ich nicht. Gegner. Ah, du bist aus der Schweiz. Ja, aber du hast doch mal Lepfer vielleicht hattest. Ja, okay, aus der Schweiz. Ähm. In der Schweiz ist ja meist eh alles teurer, oder? Ich glaube, das hat man wahrscheinlich für ein BigTaste-Teammenü... ...locker 20 Franken. Ich muss nur mal einzeln bestellen, weil ich keine Burger esse. Äh, stimmt. Du bist... Du bist wahrscheinlich nur Macgis und Nuckgis, wa? Und ne Apfeltasche zum Nachtusch. Ne. Ich mag die Apfeltaschen bei Macgis nicht. Boah, wo sind gerade die Schmerz? Du bist halt so Macgis, wenn du eh nichts nackst. Tch. Tch. Der macht voll viel Schaden den Typen. Jo. Jo. Ich kann mich nicht... Ich kann mich zu bauen. Ach so, der liegt. Ich kann mich nicht wehren. Ich hab auch mal die so viel Schaden. Aaaaahhhhhhhhhhh. Äh, Oli ist echt tot. Ne, ne, ne. Ich hab mich nicht gerettet. Alles gut. Der kommt rein, der kommt rein und der tötet mich! Lock dir mit der Lasershot raus. Ich hab kein Laserschwert. Ich hab Laserschwert. Ich hab Laserschwert. Ich hab Laserschwert. Lock den raus. Der hat keine Chance jetzt am Lasershot gegen mich. Ja, warte. Schokokrieger hat mich getötet. Ja, hier. Ich wurde von den Schokokrieger getötet. Nice. Fabi, kannst du mir ne Shotgun mitnehmen? Nee. Äh, geht schlecht. So. Mir muss ne Shotgun mitnehmen. Ja, kann ich gleich machen. Ah, ich guck grad Fabi zu. Bei Fabi ist das aber grad langweilig. Was macht denn Mo? Mo? Ah, schon viel interessanter kommt jetzt. Er heilt sich gerade. Mo? Was macht Nora? Ah ne, Nora ist schon tot. Ich bin tot. Äh. Oh, pleasant wär das nicht. Ja, Fabi läuft. Und baut. Und versucht sie nach oben zu bauen. Und kann besser bauen als ich. So. Mo? Ich weiß noch nicht welche Waffe er nehmen möchte. Mo hat aber fast tausend Muni- Wie kommst du an so viel Munition ran? Ja, das ist ja leicht. Er hat gegner Kinn und fertig. Achso, okay. Ja, ich kill ja nie, weißt du. Ich bin da so ein freundlicher. Ähm. Aber ich hab jetzt was halt im Chat zu lesen. Brauchst du ne goldene Scar? Hab ich schon. Was hab ich? Kannst du mir die Shotgun mitnehmen? Big Taste, die Minute 13,50. Was war das? Danke. Hier hoch. 13,50. Wo hast du noch? Ähm. Bei uns 7, 8 Euro. Ähm. Ne, ich hab nur Waffen. Scheiße. Wir haben nur noch Minis. Ah, ich ruckerst ein Wettkett dafür. Ne, die Minis können ich und Oli dann noch nehmen. Ja, okay. Das wird nicht lauer. Aber für den Endkampf, Alter. Ich kann gar nicht mal wiederbeleben. Ja doch, wenn ich nach Pleasant brennen würde. Ach ne. Da ist jetzt schon die Zone. Ich weiß. Ich guck gerne, wie ihr das macht. Die nächste Runde. Hauptsache das ist jetzt schon. Wie lange sind wir eigentlich schon live? 1 Stunde 43 gerade mal. Ah, ich hab morgen frei. Ich könnte es theoretisch. Ja. Ja. Ich lerne gerade noch kurz im Winterrund die Shotgun. Warum ist eigentlich... Okay. Ja, das wird spannend. Ich finde es immer lustig, wenn andere Spiele eigentlich sehen. Aber ich lasse mich immer entlarven. Übrigens, Mo hat gerade eins meiner Lieblingswaffen. Nach dem Raketenwerfer. Wo ist ja die Sniper? Guck mal. Und wo kämpft der? Oh, da liegt der der arme Kleiner. Äh, direkt neben mir. Boah, es liegen beide. Ey, das macht richtig Spaß, Moe Sushu schauen, ne? Sushu schauen. Alles mit SEH. Sushu schauen. Wo? 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 Ja, mein SCAR. Oh, die näher einfach mein SCAR nicht mit. Ist irgendwie doof. Was ist mein SCAR? Moe, ist besser um Sniper als ich? Moe, ist jetzt der Einzige von uns, ne? Moe wurde grad von hinten genommen. Der Einzige? Alter, ich hab diesen Sprachfehler. Ja, ich hab heute mit Schuh geschaut, weißt du? Schuh, Schuh? Ja, Schuh, Schuh. Ich muss doch erstmal den Einstellungen gucken. Ich war ganz kurz aufgehauen. Moe wird es rocken. Er muss bloß noch drei Spieler töten. Alleine. Aber Moe ist gut. Er macht das alles ganz alleine. Er wird sich rächen. Der Name, den ihr da oben seht, ne? Also, falls noch Zuschauer von mir da sind. Könnt ihr gerne als Creator Code nutzen. Meiner ist unwichtig. Ich hab schon lange nicht mehr reingeschaut bei Epic Games. Ja, ob ich überhaupt was verdient habe. Auge des Stubens wird kleiner in 45 Sekunden. Und Moe denkt, dass er noch nicht genug Munition hat und holt sich noch mehr. Ja. Ich finde immer, wenn man sich so zu baut, ne? Das fällt immer so richtig auf, weißt du? Wenn andere Leute, dann wissen sie ganz genau. Oh, da hinten baut gerade jemand. Da ist jemand. Es sind noch zwei Leute. Gibt es eigentlich, gibt es eigentlich einen komplett weißen Skin? Ja. Weißt du? Dann fällst du ja gar nicht mehr auf dem Schnee. Ich bin wieder da. Moe, ich drücke jetzt die Daumen. Ja, Moe, schaff das. Moe ist so gut in Fortnite. Bloß wir machen Wetteinsätze. Nein. Ja, ich sag Moe gewinnt. Ja, ich sag auch Moe gewinnt. Ja, ich sag auch, dass Moe gewinnt. Was sind die, wo die sind? Es sind noch zwei Leute. Blasterkarton wo jemand? Es ist ein Boot. Ach so. Oh, da, 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 da. Äh, was? Äh, fuckroll folgt uns auf Twitch. Vielen Dank für den Follow. Würde mich freuen, wenn du mir auch folgst. Ja, das weiß ich nicht. Muss ich... Weißt du, das ist immer so. Ich finde das immer so doof mit, ähm, folgen, wenn der andere folgt, ja. Ähm, und danach sieht man sich nie wieder. Also ich kann... Also ich kann... Also ich kann... Also sag mal so, was ich auf jeden Fall mache, wo ich mit kein Problem habe, ich schau mir den Kanal an. Und wenn mir das, äh, der Content dort gefällt, dann folge ich auch... Pssch, 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 pssch. Jup! Ey! Ist das geil! GG. GG, das war doch klar. Mo macht es. Dieser Schnee-Berberger ist einfach... Er ist halt einfach mutastisch. Wir müssen meinen 4-Solo-Custom Zock, aber nur zu viert. Ja, dann bin ich schon mal raus. Obwohl, ich kann ganz gut campen. Ja, dann campst du und Moro oder wer auch immer kädt dich dann. So, ähm, ich geh nochmal ganz kurz in die Lobby zurück. Ähm, was soll ich nehmen, McChicken oder BigTasty? Also ich würde BigTasty nehmen, hat man mehr von. Und, ähm, obwohl, äh, die McChicken kannst du ja noch so ein 20er zum, äh, Nachtisch nehmen. Plus Apfeltasche. Oh, ich hab wieder was bekommen. Herzlichen Glückwunsch, frohes Winterfest. Dankeschön. Ich hab alle meine Winterfesterausforderungen abgeschlossen. Jetzt erst. So. Ähm, Nora ist weg. Ja, die installiert sich das, glaub ich, grade. Ähm, ähm, warten wir auf Nora, oder? Ich will dieses genau haben, Mann. Aber ihr müsst ihn mir jetzt nicht schenken. Ich will den nicht so unbedingt, aber... Bin für den Wert. Sie erwartet jetzt, dass wir ihr den schenken. Nein, erwarte ich nicht. Also, also ich hab... Es sollte ihn mir nicht schenken, nein. Ich hab, ich hab null V-Bucks, also... Du hast grad 200 Euro ausgegeben, ne? Das heißt, zweimal 13.500? Äh, nein, nicht einmal 100. Nicht 200. Aber du hattest doch von 200 gesagt, das hab ich ganz genau verstanden. Ja, 100. Er hat 13.500 V-Bucks. Ja, Silvester hab ich da. Hab ich noch mal was. Ähm, denkt ihr, Nora kommt jetzt wieder, oder wollen wir... Die installiert sich das gerade. Ich hab hier so einen cool neuen Emote. Ich hab auch einen cool neuen Emote. Habe nen Big Mac und nen Big Tasty genommen. Gibt's bei euch eigentlich auch Monopoly? Bei uns gibt's doch Monopoly. Zuer Not machen wir einen 3er. Mann, das war wieder... Das war wieder klar, das war wieder klar. Ich mein, das ist total normal, ja? Also ohne irgendwie... Ich mach jetzt auf Ehre diesen Scen hier rein. Was ist denn das für ne Flagge? Star Wars! Ist das eine Star Wars Flagge? Ja. Das ist richtig gut. Oh, ich weiß nicht welches Skin ich rein machen soll. Achso, gibt's also bei euch nicht. Bei uns gibt's noch hier die Monopoly-Teile, die auf den Verpackungen drauf sind. Da kannst du dann ein Haus gewinnen. Du kannst ja 100.000 Euro gewinnen. Ich hab meine Reise in einen Freizeitpark gewonnen. Das ist auch was. Für eine Person. Für wie viel? Für eine Person. Dann ist das kein Gewinn, weil's total die Verarschung ist. Wer geht denn alleine dahin? Das heißt, die machen automatisch Gewinn, weil die zweite Person sich ein Ticket kaufen muss. Das ist total... Also wenn muss das mindestens für zwei Personen sein, dass das überhaupt Sinn macht. Ähm... Wollen wir einfach die nächste Runde starten? Wartet, wartet. Ich mach kurz Ali, warte. Du machst Ali? Ich mach jetzt Ali. Mo, welche Spitzhacke hat Ali immer? Keine Ahnung. Okay, ich mach einfach mit einer rein. So, ich bin jetzt Ali. Oh, du hast noch ein Kollege. Oh nein, dieser Skin Mo. Ich möchte jetzt irgendein Event machen. Was ist das für ein Skin? Der ist ja richtig hässlich. Oh, ein hässlichster Skin, den ich habe. Also, ich hab auch Fabi ungeschminkt. Warte, pass auf. Ich bin nie geschminkt. Ja, das ist es. Ja, warte. Ja, ja. Wo ist er denn? Hier. Und geschminkt? Aber ich muss jetzt mal den anderen Skin von, von, von... Den, der mir geschenkt hat, nutzen. Ähm... Hier. Moment mal. Ich hab doch irgendwo noch... Ist einfach mal mit grünen Haaren. Ich hatte mal blaue Haare. Die verwandelt sich dann in die hässliche. Das ist voll geil, dieser Skin. Es gibt noch eine Stufe von... Warte mal. Äh... Was war das nochmal? Was passt denn am besten dazu? Ich nehm mal den Funke-Stern. Der Funke-Stern ist schön. Du musst das Eisschild nehmen. Das gehört zu dem Bär. Du nehm ich das Eisschild. Ja, das ist... Also... Mo? Du hast halt Angst. Was haben wir denn eigentlich noch? Wir machen jetzt die Bären-Gang. Die Bären-Gang? Was mit mir? Ja, wo ist dein Bär? Ich hab keinen. Ich bin ein Mammut. Ich bin ein Mammut. Du bist ein Mammut? Siehst aber gar nicht so aus. Ich weiß, welches Skin ich rein machen soll. Das Eis da hast du gesagt, ne? Das Eisangler. Mo, sag mal... Eine Zahl zwischen 1 und 4. Das Schild. 5. Ja, das ist doch dieses. Ist das nicht Eisangler? Also ich hätt acht gedacht. Ja doch, das ist es. Ja, ja. Das Lied in der Eisschild ist es. Ja. So, ist Nora wieder da? Lucy, hast du mittlerweile schon Dings runtergeladen hier? Ich hab vergesst, was es heißt. Fortnite? Epic Games? Ja, dir auch einen wunderschönen Abend. Was? Wolf-Tiger, warum hat Mo eben keine Beine gehabt? Ich weiß nicht. Hat er keine Beine gehabt? War das verpackt? Ich hab das grad gar nicht gescheckt. Achso, ich muss auf bereit drücken, ne? Sag doch was. Wir machen jetzt einen Dreier. Olli, aktuell... Ja, genau. Okay, in manchen Situationen merkt man, dass Mo erst 20... Was? 12 Likes und ein Dislike. Danke für den Dislike, ich mag Dislikes. Also, also jetzt. Warte, ich muss wieder liken. Dislikes sind auch Likes. Ja, irgendwie schon, ja. Drei Dislikes? Also, in irgendeiner Art und Weise sind es auch Likes, auch wenn das davor kommt. Oh, es geht los. Oh, es geht los. So, wir machen den Dreier. Wir machen einen Dreier. Achso, das wusste ich dann Vater. Oh Gott, Olli. Olli, du musst mal vorher nachdenken. Olli, das erste Mal... Nein, ich will ja nichts sagen. Ihr denkt einfach nur falsch. Ich meinte es schon total harmlos. Ich habe einfach nur gesagt, wir machen jetzt... Okay, ich hätte auch Dreier-Team sagen können, ja? Würde vielleicht besser klingen, aber... Ja, ich komme da nicht mehr raus. Ich darf mich im Nachhinein nicht mehr hochladen. Was ist passiert? Ich meine, ein Video ist noch eh nicht speziell für Kinder, aber... Übrigens, ich habe bei Fortnite angegeben, dass es speziell für Kinder geeignet ist. Was? Nein, nein, Quatsch. Das war ja. So, gewehrt sind. Ich weiß nicht. Ich lasse euch entscheiden. Da, wo ich den ersten Punkt sehe. Da gehen wir hin. Nein. Da gehen wir nicht. Olli, wollen wir da hingehen, wo wir immer hingegangen... Okay, dann gehen wir da hin. Dann gehen wir da hin. Ja, wir sind zu immer da hingegangen. Mo ist am Ende die Person, die aus den Arsch ritten muss. Also gehen wir da hin. Da sind wir hingegangen, als wir das erste Mal zur dritten Wohnung geholt haben. Warum knallt das hier gerade schon wieder? Oh, ich habe einen 2002... Ach so! Das ist mein... Der Trick ist erst. Nicht dumm. Das ist dein Hang leider noch. Ja, ja, ja. Ich wollte gerade ganz kurz wieder Yorli sagen. Nein! Hallo! Hallo! Ja, ich hau ihn, wenn ich ihn erwische! Ja! Er hat mich! Oh, der hat den Intimale Gags! Wie lange ging es die Runde? Drei Sekunden, gefühlt. Ich glaube, die ging wirklich drei Sekunden. Also nachdem... Nachdem wir gelandet sind, wahrscheinlich. Mo... äh, nicht Mo... Olli! Ja! Breit! Breit? Ich bin breit, ja. Ich bin breit. Bereit! Bitte! Da, 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 da... Oh, ich habe immer noch von... Ich spiele nie wieder Mario Party oder so. Scheiß Ohrwurm. Könnte Ali noch einladen. Ja, wo ist denn Ali? Ich habe gehört, Ali soll genauso gut sein wie ich. Besser. Ali, wo bist du? Ali, bist du zufällig da? Schaust... Sie war schon einmal bei mir aufm... Bibi, wo bist du? Sie war schon mal in meinem Stream, aber ich glaube, sie hat nicht geliked, weil sie gesehen hatte, dass ich total scheiße bin. Und weil du auch... Und sie hat, glaube ich, geschrieben, ich habe keinen Bock auf RentnerTV. Ich glaube, ich hat sie auch geschrieben. Kurz auf, Kai, ihr Discord geht gar nicht. Ich habe jetzt total das Problem, ich muss jetzt gerade dringend auf Toilette. Bis ich wiederkomme, bin ich dann irgendwo im Wasser gelandet. Egal, ich schaffe das noch. Wir landen bei dir dann wieder. Ähm... Renn einfach, ja? Ne, das passt ganz gut. Ich pinkele einfach auf die Gegner. Ach, Mann. Da wird angezeigt, ich habe 1 AP. Ali will auch mitspielen. Willst du auch mal spielen? Lass doch mal aus der Runde raus. Ja, lass doch rausgehen. Dann habe ich nochmal die Chance auf Toilette zu gehen. Ähm, ich bin gleich knapp. Da muss sie auf den Discord kommen. Äh, ja, ist doch kein Problem. Sie wird doch Discord haben. Ist sie noch nicht auf dem Discord bei uns? Weiß das gar nicht. Glaub nicht. Äh, Fabi, du kannst ja Einladungsling schicken, ne? Du kennst ja, du kennst dich ja aus. Ich habe aber Ali nicht als privat schickt. Ist doch kein Problem. Dann schreibst du sie privat an. Äh, ich bin gleich wieder da. Ich muss ganz dringend auf die Toilette. Oh, da muss ich das jetzt überhaupt mal was sauber machen. So, wo habe ich Ali? Da ist Ali. Jetzt habe ich mir den Link geschickt. Set. Als Name. Der ist 1, 2, 3. Man stöhnt. Ere zu einfach. Guck. Ich ging mal wieder auf. Oh, Ali ist beigetreten. Äh, wie hättest... Hallo? Wo? Wie hättest Ali? 13. Wieso? Weil ich irgendwie... Ali ist 13? Ali ist 13. Die klingt wie... wie 20. Channel. Ali. Ali, seit wann bist du 20? Was? Hallo? Was? Hallo? Sie hat nichts mitbekommen. Hallo? Seit wann bist du 20? Äh, äh, gar nicht. Ali hat Interesse. Was? Nein. Ich hab einfach nur gesagt... Ali hat gesagt, er hat Freundin. Was? Ah ja. Was ist mit mir? Du hast mal gesagt, du hast eine Freundin. Hab ich? Ja, natürlich. Äh, die ASMR... Du hast keine Freundin. Hab ich? Das hab ich mich versprochen. Falls du zu groß, schau es grad, Schatz, ich liebe dich. So, ich hab was getrunken. Was ist Ali noch, Edden? Was? Was? Was mit mir? Das ist komplett lost wie immer. Äh... Ich bin müde. Das ist fack, Alter. Nein, ich drück jetzt nicht bereit. Ihr ist drück bereit. Nein! Warum nicht? Warte doch ganz krass, Ali. Gut, ich kick sie kurz raus. Nein! Nein! Du hast mal bereit gesagt... Was, Ali, ist er will 78? Äh, ja. Nachdem ich gestern 6 Stunden Fortnite gespielt habe. Was warst du davor für Level? Äh, war nur 60? Ach, keine Ahnung. Ja, ich bin heute echt nicht ganz so. Ach, das wird sich echt nicht gut rum. Ali hat Zauber 1, 2, 3. Äh, nee, das ist Mobbing. Die Ali hat Zauber 1, 2, 3. Sei leise. Wie bist du auf den Namen gekommen, Hein? Äh, durch eine Freundin. Wenn du zu viel Lärm machst, die zaubert gerne. Man hat ja, und ich will gleich Zauber. Was denn? Ali, hier ist früher auf Minecraft auch so, nur anders geschrieben. Also, sei mal ganz leise. Ali? Die zaubert gerne. Ali, ja. Seit ein paar Wochen ist mein Nadelbildschirm von, äh, von, von Fortnite ziemlich lange, ne? Das war früher nicht so lange. Ja, same. Also, früher ging das mal richtig schnell und jetzt halt kurz. Ah, da ist schon mal der Bus. Ich schlag schon mal ein. Hallo! Ich bin immer die Jüngste bin, ja. Du bist immer die Jüngste. Also, es gibt niemanden, du weißt, die werden alle mit 10 geboren. Sie werden alle 11 geboren. Sie alle 11 als ich. So. Wo gehen wir hin? Ich entscheide sowas nicht. Mo, Mo, wo gehen wir hin? Ja, okay. Side of Springs. Halt wunden. Ach, da. Eben, wuchs. Ali wieder. Also, gehen wir jetzt da hin, ja? Ali wieder. Ey, ha, wie sei leise. Ich hab jetzt sogar beim Bus. Warum? Darf ich so Mo sagen? Was? Was? Darf das so Mo sagen? Nein, keiner darf zu sagen, das ist Mobbing. Was denn? Es fliegen sehr viele, die sind nicht nur. Ali wieder. Ali wieder, das ist nie. Was darf jeder sagen? Ey, ich bin mit meinen Teil hier total auffällig. Ich weiß. Ohne meine Einstimmung. Zustimmung? Einstimmung? Ach, was immer. Ja, aber die Einstimmung. Och Mann, ich bin müde, ja. Lass mich in Ruhe. Ich hab zwei Stunden gepennt, ja. So gut, bei mir war's ein bisschen mehr. Hilfe, ich hab'n Gegner bei mir, der hat ne Waffe, höre ich nicht. Ich hab auch keine Waffe. Waffe? Waffe, sind alle bei dir an. Eine Sturmwaffe. Fast alle. Ich hab Munition, aber keine Waffe. Das heißt, der ist auch... Waffel, das ist lecker. Waffe? Ja, ich hab... Ähm... Ohne, der hat Granaten. Oh. Werbe ne Waffe? Ähm... Ich hab schon. Ich brauch theoretisch, aber hier ist irgendwo ne Kiste. Ich hör sie zumindest. Ich glaub, die ist da. Ich hab ne Schneeballwerfer. Wo ist die Kiste? Die ist da oben. Die Schneeballwerfer? Wieso macht die Kiste keine Geräusche? Sehr sensitiv. Dann machst du auch keine Geräusche. Das ist sie. Ah, wieder. Fängt ja gut an. Sorry. Ich warte schon aufs Lecken. Wer denkt? Haben wir schon. Echt? Ich hab's gar nicht an. Warum kann man das jetzt nicht mehr auf der Instagram schreiben? Ich find das unerhört. Das find ich sehr gut. Nee, ich find das nicht gut. Ich hab das als Schimpfwort bei meinem Mod eingeschrieben. Jetzt muss ich immer aufpassen, was ich schreibe. Ich kann bei Mo auch nix im Chat schreiben, ohne sofort umwickelt zu werden. Nein, ich meinte jetzt im Discord-App-Chat. Was kann ich eigentlich mit... Da ist ein Spieler. Ich töte ihn. Von hinten. Ich nehm ihn von hinten. Oh nein, Alter. Ich hab aber keine Waffe. Ich hab keine Waffe. Ich hau einfach auf. Ich hau einfach auf. Das ist T-Ray von dem Typen, den ich gekillt hab. Warte, warte. Lass mich den gekillt. Ich brauch den für die Mission. Okay, nehm ihn. Ich nehm ihn von hinten. Ja, ne, das ist gerade... Ich war hier. Der hat nicht... Das ist gefällig. Er meinte vorhin, das ist ein Dreier, das wird Vierer. Oh mein Gott, Alter. Das gefällt dir doch, Ali. Sei noch nicht so. Ja, ihr denkt alles zweideutig. Ich bin total unschuldig. Dominik, hey, wie geht's? Mir geht's ganz gut. Danke, nachfragen. Ich bin heute nicht gut drauf und ich bin ultramüder, ja. Man sollte mich nicht mit irgendwas nerven. Du hast sicherlich Ferien, also von daher, ja. Du kannst morgen auflaufen. Ja, aber auch nur noch diese Woche, Alter. Ja, ist sofort noch ausreichend. Alter. Guck mal, ihr seid schon fast in den Winterferien. Zack. Ich hab sicherlich... Ich hab sicherlich nächsten... Ich hab sicherlich nächsten Wunderschöne Winterferien, oder? Das gibt's hier nicht. Oli, eine Lichtschwerte? Was? Lichtschwerte, wo? Hier, warte, äh. Ja, hier. Oh, was ist das für ne schöne Waffe? Oh, Ali, wie noch ihr Lichtschwert. Ali spielt gerne am Lichtschwert. Recht, recht, recht. Alter. Nein, das will ich nicht haben. Ich will die Waffe haben. Ich stell mir das grad so vor. Alter. Aber du bist doch scheiße, ne? Mann! Frau! Ich hab mein Spielzeug gefunden. Was ist denn da? Ich auch. Wieso muss ich da immer zweideutig denken? Also, das ist ein ziemlich großes Spielzeug. Was soll ich Spielzeug finden? Was kann man eigentlich mit der Flosse machen? Ich hab noch nie eine Flosse genutzt. Äh, erst so, wenn du fein umgaust. Ah, okay, danke. Jeder hat Schild außer ich. Was ist denn das schon wieder? Wir sind besser. Also, eigentlich nicht, aber... Ich bin auf jeden Fall besser als Suho manchmal. Ja, meinte vorhin, dass du noch total die Anfänger bist. Äh, die Anfängerin bist. Das hat Fabi gesagt. Nein, die hat mich gekillt. Fabi hat dich gekillt? Nein, ich hab sie gekillt. Achso. Ja, in Custom Games. Ich hab eigentlich keine Waffe, ne? Ich hab nur... Oh, Alter, ja, komm her, ich geb dir eine. Ach, das ist der Haffe? Äh... Ach, nimm die blaue. Das ist aber die von dir. Dafür bekommst du die hier. Brauch ich nicht. Nee, die geile Tauschgeschäfte, da hinten. Sie ist zumindest freundlich. Wo schießt sie hin? Ja, nicht so wie ihr, ne? Ich bin auch freundlich. Also, ich war noch nie unfreundlich. Ich meinte auch, äh, hier. Okay, nee, ich... Ich mach ruhig. Ich mach ruhig. Oh, ich kann nicht schießen. What the fuck? Ich brauch unbedingt wieder Munition, ne? Munition ist immer so mein... Autsch. Ich konnte mein letztes Schwert nicht nehmen. Ah, ich liege auch. Licken. Was? Oh, nee. Fabi, du machst es. Fabi, du machst es. Oder Mo macht es. Was ist Mo? Vorsicht, links! Oh, nee. Ach, da ist ja auch noch einer. Ja, ich bin echt tot, Mo. Danke. Hab den. Ich hab zwei, hab hier. Ich sterbe gleich. Fabi, rette mich. Ich glaube, Fabi hat gerade andere Probleme. Ich rette gerade Olli. Ach ja, tatsächlich. Ich hab dich sahen gar nicht gesehen. Ich heil mich kurz, dann hole ich dich, Ali, ja. Wie geht's den anderen, wird hier gerade gefragt. Wie geht's euch? Gut. Liefel. Out. Schnell, ich sterbe. 30 HP. Ja, willst du mit Ali das noch was mit Nora von gemacht haben? Ich glaube, da wäre sie sehr, sehr sauer. Oh mein, was habt ihr getan? Wir haben sie... Oh, nee. Geht's euch gut. Ich leck mich, Alter. Ali wieder. Alter. Ali wieder. Ach. Ali wieder. Oh, wenn ich diese komischen... Möchte gern Jewelböcke hier sehe, denk sofort wieder an die scheiß SSU-Quest. Ich hasse die. Ich hab übrigens immer noch nicht mit meinen Katzen zusammen. Ey, ich hab die, ich mach die nicht auf meinen Account und auch auf mich auf Mo's Account. Ach so, ist anmeldet worden. Eventuell. Wo, weißt du davon? Nee, der hat mich gehackt. Komm noch ein Video zu. Nee, hab ich nicht. Ich hab da bei geteilt, ja? Oh. Hier ist wieder jemand mit dem scheiß Lichtschwert. Hallo, was soll denn das? Wer hat denn hier den Schneeballwerfer? Ich? Ja, Ali. Ja, Ali, Homa, den mit dem Laserschwert. Ja, wo denn? Wo ist denn der? Mit dem Laserschwert. Ach, da kommt noch einer. Ich bin total dumm gerade. Ich glaub auf ihn zu, weil ich dachte, ich hab mein Laserschwert ausgerüstet und hatte nur eine Waffe. Oh. Wo ist noch einer? Ach so. Wo ist die? Dann stößt du nicht weg. Ja, ich hab verkackt. Ich geb zu. Ich bin der schlechteste Fortnite-Spieler überhaupt. Nee, es gibt noch nichts. Hilfe! Und ich seh jetzt zu, wie Ali stößt. Typ mit dem Laserschwert muss weg. Ich bin tot. Ali wieder. Ey, komm, sei leise. Ali wieder. Lecken! Ach so, ist schon wieder soweit. Sind wir schon alle tot? Ich schick hier gar nichts mehr. Ich seh meine Maus nicht in-game. Ich seh meine Maus nicht. Da, da ist sie. Ich hab sie gefunden. Woll Ali, das ist so ein Tick von dir. Ali wieder. Was warst du? Das ist ein Tick von euch. Das ist Ali wieder, ey. Das nervt. Ich werde heute noch Level 100. Ich hab nirgends lecken. Ich geh fest von aus, als ob ich da behundert werde. Ali wieder. Jetzt kommt mit HALO, das ist- das ist Mobbing. Ich hab doch eigentlich schon- hab ich nicht schon auf bereit machen gedrückt? Nee. Nee. Nein. Nein, ich bin zu- das- ähm. Was hast du da für'n Skin, Mo? Hä? Hä? Was ist das für'n Skin, das sieht voraus nach W.O.W. Irgendwie sieht das voll so ähnlich aus. Was für W.O.W.? Hakan, hi, wie geht's dir? Ich hab keine Ahnung, was es ist. Natürlich. Ich hab doch selber mal gespielt. Mit sechs? Nee. Ich glaub, selbst Hakan ist besser in Fortnite als ich. Ich kenn ihn zwar nicht, aber Hakan ist besser. Ich glaub, selbst Lucy ist besser. Äh, Malensky ist Gorgel besser. Heißt sie Malensky? Ich glaub ja. Irgendwie so. Malensky? Ja. Ich hab' mich nicht enttäuscht von der Menschheit. Hier sieht jemand so aus wie ich. Schön, dass ihr euch schon seht. Ich bin doch im Ladebildschirm. Ich weiß nicht. Jetzt seh' ich auch was. Im Ladebildschirm? Ja, es dauert immer total lange mittlerweile. Das war früher nicht so. Warte, warum kann ich jetzt nicht mitieren? Was ist das? Alle wieder. Ich bin in dem Boot nicht. Hier. Wohin? In dich. Alter. Jetzt sag, los. Ja, hab ich doch. Jetzt. Geht doch. Eine Busfahrt, die... Ach, wir fahren eigentlich gar nicht, ne? Ein Busflug, die ist lustig. Ein Busflug, der ist schön. Hast du gerade gesagt? Ein Busflug, die ist lustig. Du, ich bin jetzt gerade überlegen. Wie heißt das denn? Der Busflug, die Busflug, das Busflug. Der Busflug. Der Busflug. Der Busflug. Meinst du? Weißt du, was es eigentlich gar nicht gibt? Das ist genau sowas wie der gerade Kurve, die gerade Kurve oder das gerade Kurve. Jetzt Max nimmt auch noch. Die gerade Kurve. Das Fabianer. Die Fabianer, wenn du... Boah, ich bin aber total auffällig mit meinen Scheißen. Oder der. Das ist so ein Tick von Mo. Ich heiß nicht Fabianer. Den Fabianer. Ich heiß nicht Fabianer. Da steht Fabianer Pinkstone. Fabian. Fabian. Ja, genau so heißen. Ich hab's wieder gemerkt. Ach, Fabi. Scheiße, scheiße, scheiße. Fabi, ich dachte, du bist männlich. Ich hab immer gesagt, der heißt Fabian. Ali, was haust du da? Ich hab mich runtergebaut. Lass mich. Achso. Gut. Jetzt geht's schon los mit Ali und Olli. Ich hab mich angesprochen gefühlt. Oali. Oali. Ali wieder. Lecken. Ist das schlimm. Das ist wie so eine Spieluhr. Hallo. Muss Ali dafür sagen, wir kommen lecken. Nach unten gefallen. Was ist, wenn ich hier in das Loch reingehe? Alles Mobbing. Ich hab die Idee, was man mit Ali machen kann. Nein, hier macht gar nichts mit mir. Doch, wo bist du? Sie ist noch nicht bereit dafür. Alter. Ist das schlimm. Ich hab schon hier die falschen Tränke genutzt. Oh scheißegal, hauptsächlich hab irgendwas drauf. Ja, okay, sag einfach dazu mal nix. Mo, ich hab wieder Schneemänner für dich. Ich hab wieder Schneemänner. Das ist Ali's Real Form. Nehmen die anderen noch im Chat. Ich weiß nicht, ob die anderen nehmen. Das wäre sehr gut möglich. Aber die sind meistens sehr schüchtern. Ja, ja. Schüchtern? Was, wie, wo, was, hä? Die Leute im Chat. Was war das? Ich höre schon mehr Geräusche, die ich nicht zuordnen kann. Oh, da ist ein Geschenk gespawnt. Ja, das hab ich gemacht. Oh, was hast du denn schönes für mich? Alles leer. Ich hab's rausgenommen. Mo, wo bist du? Hier hat jemand wieder Lichtschwert. Hier hat wieder jemand Lichtschwert. Oh, hier gibt's Muffins und Cheesecake. Oh, Mann, erschreck mich nicht. Oben auf dem Dach sind die. Hey, Leute. Okay, geil. Das ist mir egal. Ah, hier ist ein Gegner. Oh. Oh. Ich komme. Ali. Ali wieder. Warum liegt denn Ali, äh, warum liegt denn Mo, da? Was liebst du denn da? Oh. Decken mich, kann das nicht. Oli. Helf mal hier, der ist so gut wie tot. Komm mal. Der ist so gut wie tot? Ja, aber du musst ihn nur einmal treffen noch. Ah ja. Ja. Help, 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 help. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Ja, ich such sie auch gerade. In der Ecke. Ich hab mich hinterm Auto versteckt. Ach, da. Ich höre Aserschwerter. Ähm. Wo können wir sie denn? Wo können wir sie denn? Wo können wir sie denn ins Leben zurückholen? Guck auf der Karte. Ach, da vorne. Ich laufe einfach mal hin auf, du wirst nur fun-mäßig. Ja, wenn du stellst du... Ey, jemand hat meine Minis genommen. Ja, Mo, wahrscheinlich nicht, oder nicht? Oh. Ich hab keine Minis. Ich bin mindestens ein Mini. Ich hab keinen. Oli. Was denn? Hol die Laserschwerter. Ich bin unschuldig. Ich nix tun. Ich nix tun? Wir sind Menschen. Lass mir eine Waffe, üf dich. Ja, ich brauch eine. Die bekämpfen sich grad davor. Ich hab alles draus zu gehen. Ich muss sowieso gleich nochmal... Oh nein, wir hatten nur 40 Sekunden, bis die Tone kommt. Ich bin gleich down. Ah, ne. Fabi, du bist so gut. Dankeschön. Du bist so gut und sie erlegte das mit euch Spitzhacke. Ehre. Darf ich da nochmal zurücklaassen? Oh, keine. Ihr müsst mir Waffen geben. Wieso? Ja, hier oben sind sie grad wieder schrungen. Ich lauf jetzt nochmal zurück bei 10 Sekunden, wenn dann gleich die Zone kommt. Weil die Zone ja auch so schnell ist. Welcome back. Danke. Darf ich nochmal für mich so viel schneller? Gar nicht. Am Ende ist schneller. Ja. Alter. Wir müssen zu Weeping. Hm. Wenn ich dann mal irgendwie eine bessere Waffe noch habe, das wäre sehr nett. Wo kommst du? Okay. Da bist du gut. Scheiß Schneemann, geh aus dem Weg. Ich bin da essen mit dir. Ich bin da essen mit dir. Oha. 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 Ui. Ei. Ey. Ich bin hier so im Behandel. Au. 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 Vorsicht, Gegner. Ich seh's einfach mal, ich hab was gehört. Ich kenn euch schon. Fabi, hinter dir. Fabi, guck gar nicht. Ali wieder. Lecken. In der Spielruhe. Wieso kann man in dieser Season nicht in Autos einsteigen? Das sind Boote. Ja, die Boote sind langweilig, wenn wir ein Auto haben. Du bist auch langweilig? Okay. Wurde doppelt langweilig. Ihr sollt einfach mal ruhig sein. Alter. Oh. Alter wieder. Alter. Was ist denn durch die am Meme? Nee. Doch. Ali, damit wirst du weltweit berühmt. Nee. Dann fangen alle an mit Ali wieder. Hier, die sind voll viele Flossen. Au. Mein Herz. Was machst du? Alter. Dein Herz. Ja, ich erschrecke mich. Also irgendwann, wenn ich sterbe, sterbe ich in Fortnite. Also, in der Fall. Ja. Sei ruhig. Was machst du da, Fabi? Alter, warum? Da steht auch immer die Schuld auf mich. So, ab mir der Seilrutsche. Fabi wieder. Also, ich bin jetzt in der, also ich bin mit der Seilrutsche gefahren. Das hat gesagt, Fabi wieder. Mhm. Das tut auch so nimm. Ja, mach ich jetzt ein Emoji draus, für. Da ist ein Gegner. Du musst eh nicht... Ah, oh mein Gott. Das war ich, sorry. Ich dachte, du bist ein Gegner. Alter, schick mir nie wie er so, ne? Du hast angefangen. Da ist ein Gegner. Das war ich nicht, das war Fabi. Okay, sorry. Äh, Fabi, du hast angefangen. Warte ab. Hä? Fabi wieder. Schießt du nur auf Spaß oder ist da wirklich was? Da ist wirklich was. Da ist wirklich was. Anscheinend. Da ist niemand. Da ist jemand. Ja, ja. Das ist einfach nur blind. Alter. Ja, da ist niemand. Ja, die ist von der Verdrücke gesprungen. Ja, wenn ich sterbe, ist das niemand. Ich bin vor der Klippe gesprungen. Da ist auch eine Klippe. Wir retten dich, Fabi. Ach, du darfst eine Fahle. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Wollte Olli vorwarn. Der rennt in sowas gerne rein. Ja. Soll ich da was halten? Aber die Ränder nicht reinheißen, Fabi. Ja, Moor auch. Echt? Olli wieder. Lippe! Ne, 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 ne. Ich verziehe mich. Wollte eigentlich für den Schuss. Ich verziehe mich. Lass mich einfach an der Ruhe. Ich verziehe mich. Ich muss mich kurz heilen. Ah, ich... Neckel. Olli müde. Olli ist schlafen. Wir legen und so. Oh. Ist es nicht euer Ernst? Mo wieder. Mo auch müde. Mo auch schlafen. Aber hey. Mann, Ali. Ali hier. Leckham. Meine Fresse. Dein ganzes Gemüchen ist noch so fort. So, ihr könnt übrigens ein Geschenk gewinnen, ja? Ihr bekommt was von mir über Fortnite, wenn ihr mir sagen könnt, wie oft Ali lecken in diesem Stream gesagt hat. Schreibt eure Lösung in den Kommentaren im Nachhinein. Ist gemein. Ist gemein. Was denn? Jetzt guck ich's gar nicht wieder zu lecken. Ne. Jetzt müssen wir zügeln. Achso, wir sind schade tot, wa? Ja. Ali, wie isst man an Eis? Was? Wie isst man an Eis? Oh, du bist so gemein, das... Nein. Man lutscht. Da kommt es wirklich auch drinne vor, wenn ich jetzt antworten würde. Nee. So nötig, nee. Auch wo lecken und lutschst was anderes, oder? Oh, ja. Schön. Steht Ali beides drauf. Ach, halt. Schiss. Oh. Auf Eis und auf lecken. Achso, ich muss auch bereit machen, drückwärm. Sag das keiner. Ja, Mo sollte auch mal vorrennen. Was ist? Am Mo ist in der Lobby und ist nicht bereit. Ich bin hier in der Lobby, ich spiel gerade nicht runter. Was, du sitzt aus? Mo sitzt aus. Nein, gar nicht, warte. Mo, du musst einmal wieder auf bereit drücken. Musste gerade Ali wieder schreiben. Äh... Kann ich dich so auf Discord nennen? Was, 15x, 25x? Ich weiß nicht, wie oft das ist. Also, wie gesagt, ne? Es kann ja noch was kommen heute. Wenn man jetzt noch insgesamt die Streams von Mo dazu zählt. Das Dumme ist, ich muss mir den kompletten Stream dann auch nochmal anschauen, ja? Soweit ich das selbst nicht weiß, wie oft. Wie lange ist eigentlich Fortnite noch nur Early Access? Wie immer. Ich glaub, es war Ali wieder. Nee. Wie war eigentlich das Silvester-Event? Obwohl, das kann ich bei Mo wahrscheinlich sehen. Es war so... Es war voll funny. Naja. Es war so eine riesige Disco-Kugel und dann war überall auf dem Map Feuerwerk. Es war ja immer das Gleiche. Immer in vollen Stunde. Okay, das war ein ganz großes Ali wieder im Himmel. Ali wieder. Ah. Wo bleibt das Leckling? Ja, Alter. Wo hin? Ali hat Zauber 1. Wir gehen in die Mitte. Wir gehen dahin. Ja, ist gut, Oli. Wir haben es verstanden, Oli. Oli! Ist das schon gut? Wird du wissen, dass ihr ja wisst, dass wir abspringen? Ali wieder. Jetzt steht da so eine richtig rote Birne, glaub ich. Ey, ich bin gleich Level 43. Ja, ich mach heute noch Level 100. Wenn du noch so 10 Stunden durchsuchtest, dann ja. Du musst halt die Mission machen, dann ist man das schnell. Ja, ja, ich seh nix. Ich versuch immer die Mission zu machen, aber ich sterbe immer vorher. Nebel gehüllt. Ja, musst du in Gruppen keine machen? Okay, da schlippst du auch immer. Geht er gar nicht. Habe ich vorhin gemacht mit ein paar Personen. Der ist ein Schwerter. A.K.A. Melina. Mhm. Das war's dann auch wieder. Oh, ich nehm Reonira. Das ist gut. Was ist das Chaos? Ja. Die Chaos-Truppe, sag ich nur. Absolut. Ich hab zwei Tags. Ach, da war Fabi schneller. Was ist hier so los? Das ist ein Gegner, ne? Ja, das ist ein Ex-Mail-Serschwert. Der tut uns nicht. Ah, hier ist irgendwo ne Truhe. Ich hör sie, ich hör sie, ich hör sie, ich hör sie, ich hör sie. Im Haus. Ich tue euch vorhin. Ey, das ist meine Truhe, zieh dich. Achso, ich seh schon. Ja, viel Spaß. Ich behalte es doch, ich weiß eh nicht. Es wird auf mich geschossen. Über das sind zwei Stück. Ali wieder. Ja, kümmert euch ruhig drum. Ach, lecker, da war sie doch. Nee, ich hab das ja nicht ausgesprochen. Ah, da ist ne Truhe. Meins. Ja, ne. Hat jemand eine Waffe? Da hab ich zumindest eine Waffe. Mit sechs Schuss. Ähm, für immer, weil da sonst nicht jede Woche ein Update gemacht wird. Achso, ja gut. Wieso kann man nicht jede Woche ein Update? Hier kann natürlich jede Woche ein Update gemacht werden. Hat jemand ein paar Boni? Was? Hat jemand ein paar Boni? Ich glaub, das wird nicht immer der Ex ist. Irgendwann ist das kein Problem. Wir haben null Schuss. Ja, ich hab auch nur zehn Schüsse oder so. Keine Ahnung. Hey, Ali wieder. Was hast du denn? Hey, da ruhig. Jetzt wär doch nicht besser laut. Man, das nervt mich. Ich darf das nicht. Ah. Ah. Ich wollte das Russkot wieder sagen. Nee, nee. Hast du getäuscht? Ich hab keine Waffe bringt. Ich brauch ne Waffe. Ich hab auch Munition. Was brauchst du? Du bringst mich nur dazu, was mir zu sagen. Brauch immer ein Toilettenpapier. Ich hab hier ganz viel gefunden. Ich bräuchte lieber ne andere Waffe. Noch ein Sturmgewehr oder so. Ich hab nur Toilettenpapier. Ah, lieber. Aus Toilettenpapier kommt Holz raus. Das ist ja lustig. Ah, hier ist noch ne Waffe. Nein. Meine Fresse. Gib mir doch ein scheiß Sturmgewehr, Alter. Alter. Wo geht mir das Boot? Ich will fahren. Ali wieder. Ey. Hilfe, es hängt. Ali wieder. Ich kann nicht fahren. Ich sag schon mein Voraus. Ah, ja. Du bist gerade. Sind wir alle da? Ja. Ach, das geht hier auf dem Boot. Was steht hier? Alter, wir sind wirklich aufgestiegen. Ja, weil du auf dem Kopf lagst. Ali wieder. Ich esse jetzt meine Schokolade weiter. Ja, damit du noch fett er wirst. Ich werd nicht fett da, Mann. Ich nehm mal ab in der ZZ, wie gesagt. Oli, ich nehm die Mühe, ich auch schon mal dazu. Mir beilte ich, wenn sie ein Selfie macht, dann passt es nicht mehr. Ähm, ich tue da schon bleiben. Wir sind wir schon da. Ja, dann wir. Okay. Gut, dann steig ich mal aus. Oli, du bist ja erst 13, ne? Mann! Oh. Ich bin mal ganz kurz beschäftigt. Bist du erst ein Zimmer? Wups. Was warst du da? Hilfe! Ali wieder. Du bist unter dem Boot, ne? Mensch, Ali. Ah, es wird auf mich geschockt. Mann. Drück mal E. Mensch, Ali. Ali wieder. Was machst du da eigentlich mit dem Boot? Jetzt steigt ein. Okay, bin drinnen. Aber wollen wir nicht Dings machen? Wo waren wir überhaupt hin? Wer nachher? Ah, verzieht euch. Wo hast du ein bisschen Schuss gekommen? B. Oh, Ali wieder. Oh, hier sind Pilze. Ich brauche Pilze. Da war der Schlag. Ich brauche 10 Pilze. Einen habe ich schon. Ali, bist du die sich auf der Gamescom? Ja, wahrscheinlich schon. Scheiße. Hätte mich geauft. Wir sind, glaube ich, alle auf der Gamescom. Wann seid ihr denn da? An welchem Tag? Ich, also ich muss mal schauen. Ich denke mal Freitag und Samstag. Ja, ich bin Samstag da. Scheiße. Ja, aber ich fahre donnerstags wahrscheinlich los. Also ich bleibe halt von donnerstags bis sonntags in Köln. Wo wohnst du denn? Äh, ich wohne weit weg. Aus der Welt. Ja, du weißt, wo ich wohne. Äh, Mecklenburg-Vorpommern. Ah, dann wusste er muss uns in der Nähe. Äh, ist ja direkt bei uns. Hilfe. Ali wieder. Das ist so in der Beine. Ja, Ali. Ja, weil du ständig sagst. Ali. Lecken. Lecken. Ali. Äh, ich hab mein Schild schon voll. Danke. Bitte. Ali wieder. Wenn es gäbe, würde ich dich gerade gerne killen. Wow. Was ist hier? Was ist hier? Was ist hier? Nichts. Warte, ähm, nee, nicht das. Ähm, wo ist das? Da. Was ist denn für dir? Adia ist Kanz. Ich hab dir nicht Adia ist Kanz. Ey, meine F***. Ali wieder. Mensch, Ali. Dieser was ist wirklich. Oh, mein Schild. Redshift. Oh Mann. Ja, jedes Mal. HDR ist mit dem Lichtschwert, ah ja. Der ist nicht weggegangen durch dich. Passiert. Entspannen. Du hast immer dieses Lichtschwert in der Hand, egal welchen Mode du machst, Ali. Bei mir ist sie wieder. Ey, du, nee. Decken. Nein. Ah, da war es wieder. Ja, mach mal so einen Counter in deinem Stream. So ein O. Einbänden. Ja, aber ich weiß nicht, wie oft sie es schon gesagt hat. Ja, mach mal eine 20 draus. Ah, nee, so auch nicht. Ali wieder. Wir müssen mal einen Counter machen, wie oft wir das sagen. Das ist ein Meme. Das ist normal. Ja, okay, das darf man. Lecke, lecke, lecken. Sie sagt die ganze Lecken. Sie sagt die ganze Lecken. Ich sag's nicht. Doch. Nee. Hat man gehört. Echt? Oh, scheiße, ich hasse mein Mikro dafür. Da soll alles hört, was ich sage. Zum Glück hat man nicht alles gehört. Doch davon. Oh. Wir werden gesnipet. Ach echt? Alter. Was für ne Musik? Ich komme euch und rette euch. Ich komme euch und rette euch. Ich komme euch und rette euch. Hilfe. Was für ne Musik? Das ist so fancy. Stopp. 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 Ist noch jemand, ne? Das ist irgendwo. Ich weiß. Nicht kill, nicht kill. Nein, Ali. Mann. Ist noch jemand. Ich war aber fast tot. Ich war aber fast tot. Ist noch jemand. Ist fast tot. Hier, da. Ist fast tot. Oh. Ist ein Boss. Ja, da. Der ist fast tot. Geh den doch. Ja, warte. Wo? Ich hab mich markiert hab. Das ist sogar. Also da. Oh denn, ich seh die nicht. Der hat dich zugebaut. Das ist ein Boss. Das ist ein Boss. Necken. Ja, guck der. Da kam's wieder. Wir müssen ihn lecken. Oh. Lauft doch um euer Leben. Was denn am Leben? Der schwimmt. Ohne zu springen. Du musst ihn treffen. Ja, das ist ein Boss. Hab ihn. Darf ich ihn killen? Nein. Ja, kannst du. Oh. Oh, Mission fertig. Ey. Ich muss schwimmen, 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 schwimmen. Nicht genügend Munition hat jemand Pumpmoni. Ja, kann ich leicht geben. Bei mir musst du nicht fragen, du weißt wieviel ich immer habe. Null. Gar keine. Ich hab so, das höchste ist 55 Schuss auf eine Waffe. Egal auf welcher. Also erstmal. Auf dem Raketenwerfer geht sowas ja gar nicht. Lol. Wer kämpft ihr? Ich. Ah, was? Der war los. Ich bin also los wie du. Ali wieder. Die Zone ist kaputt. Kommt. Ach ne, hier ist der Schatz. Die Zone ist kaputt. Lol. Halt. Hier ist jemand. Oh. Wann hast du die Zone raus? Oh, auf dem Boot. Ja, ich hab hier kurz Pumpmoni geholt. Jetzt brauchst du mir nichts begeben. Ich bin leuchtbar. Wo ist er? Hier. Ich hab da auch leider sehr schwer. Ich hab da auch leider sehr schwer. Ach, die geht einfach eiskalt. Äh, du bist außerhalb der Zone. Ich weiß. Falls du's nicht weißt. Du mein noch. In 40 Sekunden kommt, ne, 45 Sekunden kommt die neue Zone, jetzt lauf doch mal. Guck mal, wir haben da, ach du scheiß, das ist ja wirklich ein Stückchen, ne? Ich hab noch mal die Schwerde gefunden. Ist mir egal, ich habe meins und es reicht. Ne, ich öffne sie mal. Oh, shit. Oh, ich bin geschossen. Ne, lauf doch einfach mal, bitte. Sehr schnell. Nein. Ich muss sie heilen. Was sollt ihr kommen? Loll. Hab ihn gehitet. Hat ja gerade viel gebracht. Ja, der ist fast tot. Nein, die finischen mich natürlich. Abri, warum schläfst du? Adi wieder. Ach komm, ich bin nötig. Zone kommt. Wenn ich mal treffen würde. Ich habe keine Munition mehr. Nächste Waffe. Okay, Laserschwertkampf. Der hat ein Laserschwertkampf. Ja, Laserschwertkampf. Oh Gott, ist ja noch einer. Der hat nicht viel Leben mehr, der Typ da. Und der ist noch Schwert. Die haben beide Laserschwerte da, David. Und die Zone kommt. Und die da, hinter dir. Einfach. Ja, ich komme. Ich komme, ich brauche ein bisschen länger. Natürlich bin ich der. Weg da. Kein Problem, geht weiter. Geht weiter, lass das liegen. Ah. Adi, du schaffst das. Ich habe 8 HP. Geschafft. Ich habe 8 HP, wenn die Zone töten mich. Ich habe 8 HP, mit gegen 3 Gegner und auch noch die Zone. Nein, ich habe ihn nicht. Alleine. Oh. Ähm. Was ich sagen wollte. Alleine, mit Schild. Äh, komplette, äh, heal. Äh, also komplett geheilt. Alles drum und dran. Ein einziger Gegner, der nur ein Laserschwert hat. Ähm. Das habe ich nicht. Du warst sehr gut, Mo. Aber es waren zu viele. Du kannst es nicht schaffen. Du kannst es nicht gegen alle schaffen. Du kannst nicht alle töten. Mann, Ali wieder. Ähm. Ich sehe schon wieder meine Maus nicht. Da ist sie. Du musst noch ein bisschen Rettet die Welt spielen. Hat er nicht. Nein, habe ich dich. Ich, aber. Was bringt ihr das? Ich. Muss das spielen. Warum? Gibt gerade das Wiebugs. Alter. Oh, ich muss Rettet die Welt spielen. Ich bin aber auch für heute. Nee, ich habe noch nicht mehr Rettet die Welt. Mo, ist es denn erst mit meinem Nickname? Dann kaufst du. Mach das wieder weg. Was ist mit Mo's, äh, was ist mit Mo's Nickname? Was ist mit Alice's Nickname? Guck auf Mo's, die süße. Ich kann es ja Ali wieder nennen. Nein. Äh. War schon einmal so. Es hat abgefuckt, ey. Wenn ich jetzt im Ladebildschirm auf das Discord draufgehe, dann stürzt bei mir das Spiel ab. Mo, wieso bist du nicht mehr in der Runde? Sie heißt das auch mal. Natürlich ist Mo in der... Nee, Mo ist gar nicht in der Runde. Sie heißt Ali wieder. Mo, wo bist du? Ich stehe gar nicht, wo er ist. Ich kann Mo nicht sehen. Er ist rausgegangen. Er ist bei Rettet die Welt wahrscheinlich. Du hast doch gesagt, Rettet die Welt. Ja, das kannst du auch später machen. Ah, Mann. Mann, Ali. Hast du schon jemals mal die Welt gewettet? Nee. Nee, hab ich. Hast du? Ich rette Ali's Welt jeden Tag. Ähm, nicht jeden Tag. Den zweiten. Nee. Mann, Ali. Ich geh gleich. Warum? Mo meint das gar nicht so. Frag die Person, die Fabiana Pinkstone heißt. Das heißt du gar nicht. Mann. Das triggert mich immer schon, wenn Mo das sagt. Oh, das ist doch 95 Spieler. Mit uns. 92, freue ich mich. Ja, aber 95 Spieler sind noch hier auf dieser Card. Mit uns. Ja. Und uns. Ja, ich finde mal, dass ich total auffällig bin mit dem 2020-Dings hier. Ja, ist ja normal, dass du auffällig bist, ne? Also, Ali, äh, der hat noch schon mal einen Hüter. Ali wieder. Ja, Mo lacht sich darüber, weil er mich auch immer triggern kann. Ohne Mo sterben, bevor wir angefangen haben zu spielen. Ich gebe noch. Ich nicht. Ich habe aber auch nur eine Pistole, also ja, ich könnte mich jetzt nicht so gut verteidigen. Fabi, warum hast du dich hingelegt? Ich habe doch keine Waffe. Los, lass uns, lass uns, lass uns. Da, 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 da. Lass mich leben. Habst du die Falle platziert? Ja, hab ich. Durch. Aber hey, ich habe Fügegegner Schaden zu, äh, Dings erledigt. Ali, die kommen. Ah, ist die wo? Ich war's nicht. Das sind zwei Stück, die gleich kommen. Ah, der hat mich nicht gesehen, der Typ. Mann, Ali. Die schlopfen. Ali rockt das jetzt. Ja, Ali ist immer noch so, dass du, Oli, du bist, was wir mal sagen. Wie geht's dir? Ganz gut, wie geht's dir? Wahrscheinlich belebt sie mich jetzt nicht mehr mehr wieder. Oha. 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 Sie hat sogar zwei Schuhs. Sie hat sogar zwei Zuschauer, das ist total klasse. Da war eine Karte, die hättest einfach... Oha, zwei Schuhs. Oha. Drinnen, links. Da, da. Ja, nee. Der ist gestorben. Wegen... Ja. Meine Falle. Ich muss es nur schaffen, uns wieder zu beleben. Also erstmal Ollis Karte zu nehmen und dann Ollis wieder zu beleben. Meine Karte ist nicht weiter Trage. Dann hol erst Ollis Karte, dann kannst du es beide gleichzeitig holen. Genau. Ali macht es richtig. Ali ist halt cool. Ali weiß, wie sie es macht. Ich weiß, was ich mache. Nee, nee, nee. Hat der Mulder hinten? Du bist nicht in der Runde. Also hast du nichts zu melden. Oha, das waren noch drei Sekunden, das war so knapp gerade. Ich hab's ja, das muss ich nur noch hier leben, wenn ich rauskomme. Ali stirbt in zehn Sekunden. Nee. Zehn. Neun. Acht. Acht. Sieben. Sechs. Sechs. Fünf. Vier. Vier. Drei. Drei. Zwei. Zwei. Eins. Sie hat es überlaut. Oha, das war lustig gewesen. Ich hab jemanden. Weiter in zehn Sekunden. Fabi, unser Leben hängt davon ab. Stimmt. Was machen wir? Oh, Ali. Ich hab's. Der holt gerade jemanden an Bord. Du kannst unterbrechen dabei. Du hast einen Schuss auf der Waffe, Ali. Ich hab's. Du hast doch den Sniper. Du hast doch zwei Sniper. Sie schafft es. Ich hab Ali. Ali nimmt die grüne Sniper, statt die goldene. Sie hat die grüne und die goldene. Ich weiß. Ja, ich weiß. Sie sind die ganze Zeit die grüne. Aber hat den Sound von der goldene. Irgendwo ist das... Vorsicht! Ja, das war sehr gut. Ich bin stolz auf dich. Jetzt müsste man... Jetzt müsste man... Ja, das war sehr gut. Naja, ich muss... Ich muss... Ich muss sagen, dass ich schon alleine beim Bauen abgekackt hätte, weil ich total schlecht... Baue. Mo, kommst du auch wieder in die Runde? Oder spiele ich ein Feld? Mann, Mo. Also eine Runde mach ich noch, dann würde ich generell aufhören. Ali wieder. Also, it's the last round and so. Ja, da hast du recht. So, Oli makes the last round in this dings Fortnite session. Ey, mein Englisch war gerade richtig gut. Warum ist eigentlich der Akku von dem komischen Teil hier leer? Da ist Ali bei TikTok. Übrigens, mein TikTok ist ja total aktiv, ne? Und Fabi, ja, ich hab dich da angeschrieben, ja? Und du antwortest nicht. Hä, was? Dein TikTok? Oh, ich bin im TikTok. So, bin da draußen. Ja, ich hab dir eine Nachricht geschrieben irgendwo. Hier, Posteingang. Hier, Minuszeichen ist auch da. Warte mal, wo bist du denn? Da unten. Du hast mich irgendwo erwähnt vor zehn Wochen. Und das Video ist entfernt worden. Ja, ich weiß. Wer ist du nochmal auf TikTok? Oliver Schröder, glaube ich. Nee. Alle folgen. Ich hoffe immer, dass er mein TikTok-Account nicht findet. Also, warte, willst du ihren haben? Will er nicht. Hey, ich folge dir schon. Er kann auf Instagram folgen, da hab ich kein Problem. Und auf TikTok? Nein, auf TikTok nicht. Sollst du dich auch nicht sagen? Äh, du musstest gar nichts sagen. Du musstest sagen, wo wir landen. Ich hoffe, wir haben uns TikTok hochgeladen. Ich hochgeladen. Nein, unterstrich Punkt SSO unterstrich X1. Geil. Auf. Aus. Fabi. Nein. Warum hast du so einen geilen Namen? Das ist kein geiler Name. Ich hab einfach den Namen von meinem Insta kopiert und das eine X solch eine 1 ersetzt. Ja, das ist aber auch ziemlich leicht, jemanden zu finden. Ali wieder. Ali hat zauber 1, 2, 3. Sei also. Jetzt mach mein Nickname auf Dings wieder anders. Das nervt. Was ist los? Kennt keiner von euch meinen TikTok-Namen? Ma... Ja. Mann. Also meiner ist klar, dass ich folie LP, aber ich hab kein einziges Video drauf. Ach, passiert. Das lustige ist, dass ich folie, dass es tatsächlich überall bei mir ist. So. Hallo. Ey, warum machst du die Tür zu? Ah, Hilfe, ich werde angegriffen. Ich auch. Bauer. Ich liege. Das kann doch nie wahr sein. Die werfen mich gegen die Wand. Lass mich liegen, lass mich liegen, töte mich nicht. Ich bin auch so jung zum Sterben. Sie sind tot. Sie sind tot. Ali wieder. Oh, die sind über... Jetzt mach mein Nickname anders so. Jetzt geh ich einfach auf die Stee off und bleib so lange auf, bis ich meine Ahnung geändert hast. Mit Stoffeln muss er nicht spielen. Oh, die Farbe ist auch tot. Ich bin ja nicht tot. Ja, doch. Du bist tot. Ja, ja, ich bin tot. Wir sehen das schon in der Zukunft. Du bist tot. Gar nicht. Ali wieder. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sagst du. Sechs. Mann, Ali, ich hole dich jetzt. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. 0,9. Ich kann sie sehen. Ja, ich weiß, Ali. Ich kann sie sehen. Ja, ich weiß, Ali. Ja, ich hab ihn auch nicht vorgegeben. Die Runde ging irgendwie zu schnell. Ich glaube, ich muss noch einmal. Für Ali. Ja. Ja, für Ali. Ich hab ja morgen frei, ne? Von daher ist das ja nicht so schlimm. Ah, ja. Und ich kann wahrscheinlich eh nicht pennen, weil ich eben gerade, Fett mir jetzt gerade auf dem Energy getrunken habe. Oh, ich hab den Nachrichten bei TikTok bekommen. Oh. Einen Mo folgt mir, glaube ich. Einen Mo folgt mir. Moritz Braun. Moritz, ja. Ach, nein. Das ist ein gute Video mit Ali. Nein. Nein. Da gebe ich sofort ein Herz hin. So, was haben wir noch? Mann, Olli, wann wird es eigentlich Zeit, dass du einen TikTok machst? Ich hab TikTok. Ich hab TikTok. Achso, soll ich einen TikTok machen? Moment, ich mach einen TikTok. Sag. Nein, ja. Warum du mit mir? Ich soll dir Hallo schreiben, Moment. TikTok sagt, ich soll dir Hallo schreiben. Hast du deine Telefonnummer? Der muss mein Minister folgen. Du musst wieder keine sehen. Wenn nur Follow gegen Follow. Ja, okay. Olli hat zwei Founds, der muss zwei Leuten folgen. Ach, nee, der private account muss nicht unbedingt gefolgt werden. Da wird nichts hochgeladen. Warum hast du den dann? Weil ich den halt früher hatte und ich wollte ihn nicht löschen. Da sind noch Fotos drauf, weißt du, wo du dir so denkst, okay. Ja, mit Nala und so, ich weiß. Oh, wie du ganz, ganz früher aussagst. Oh, da hatte ich lange schwarze Haare. Meine Eltern wollten nicht glauben, dass du das bist. Doch, das war ich. Also, ne, früher. Ich weiß. Ich hatte früher wirklich lange schwarze Haare. Da sah es so ein bisschen aus wie Sarazan und leider waren die Fotos schwarze Haare als. Wie, wie, wie sah ich aus? Sarazan. Aha. Fertig. Man kann sagen, die Sarazan sieht so aus wie Ali. Ey. Du hast mein aktuelles Bild wahrscheinlich noch nicht gesehen. Das sieht dem noch ähnlicher. Gerade eben. Du bist auch ähnlicher. Das ist aus wie Melina Sophie. Melina Sophie, was? Hey, was? Ja. Immer wenn ich Melina höre, also Shiny Wolf, dann denke ich immer direkt an Melina Sophie. Also, ich denke an eine andere Melina. Nein. Was? Nein. Was ist jetzt auch so? Oh, ich hab runtergefahren. Ja. Warte, ganz kurz. Insta. Irgendwo hab ich den Ali. Hier ist ein Spastel in mein Haus. Die sahen im gleichen Haus. Ist das du? Ich bist auch ein Spastel. Ist das dein Spielgebiet, Hörbe? Ja. Dein Schatten. Hey, Leck. Hey, Leck. Hilfe. Ich trage kein Lippenstift. Ich trage kein Lippenstift. Ich trage nie Lippenstift. Kein Lippenstift. Nein. So sind meine Lippen wirklich. Ein Lipgloster, halt. Nein, ich hab nie Lipgloster oder irgendwas drauf. Ich hasse so. Ich hasse es abgrundtiv. Ach, nee, mag ich gar nicht. Lipgloster. Nein. Ja, dein neues Bild sieht aus wie, wie du früher aussahst, nur mit anderen, einerer Haarfarbe. So. Ah, ja. Ja, aber wenn du deine TikToks anguckst. Ja, aber meine TikToks ist eigentlich sowieso immer. Gib, gib mir. Gib mir rein. Ja. Das Bild von 2018 ist die Besten. Ah, da war es wieder. Lol, ich glaub ich spiel jetzt nur noch mit der Waffe. Oh, die war ein russischer Typ. Ey, ey, das TikTok hier. Mit Melina. Ich war russische Leute gerade. Nein, Melina. No, ey. Ja, hier ist ein TikTok, das hast du hochgeladen. Mit Melina? Ich weiß ja nicht mehr, wie Melina aussieht. Nicht diese Melina. Er meint meine Schwester. Ah. Die Rutsche-Version. Oh, wie nett. Die heutige Version von Ali, doch. Meine Schwester hat einfach auf meine Ressenten geantwortet. Wo ich so halt quasi ungeschminkt war, ne? Und sie so, der Moment, wenn die jüngere Schwester aussieht, wie die ältere Schwester ungeschminkt. Hab du gesagt? Ich bin das halt jetzt voll ähnlich. Hab du gesagt? Ja. Wie alt ist deine Schwester? Meine Schwester ist 17. Fast heute nicht. Bisschen älter aus meiner Meinung. Guck dir auch so gut aus. Ey. Ich wollte dir doch auf Instagram. Guck dir Ali-Schwester an, oder? Das ist so. Ja, ich... Also ich kann's beurteilen. Ich hab beide schon gesehen. Echt? Du warst aber sie besser. Ja, ich war... Ich war mit beiden auf der Demo damals. Aber sie ist gefärbt. Nur ihren Pony. Ich mein' nicht deine Schwester, Meli. Äh, ja. Meine Schwester? Nur... Den Pony gefärbt. Fabi, mir fängt das auf. Wir haben das für fast ein Jahr nicht mehr gesehen. Ist sie dir Pony gefärbt? Ja, sie hat einen Pony. Ganz und ganz, es färbt. Nein, da ist den, Pony. Die Frisur. Oh Mann. Mann, Ali wieder. Die haben mir meine Kids gesteilt. Ja, ich hab, würde ich sagen. Ali wieder. Lecken. Lecken, genauer weißt du. Das ist immer so... Nein, ich nehm ne Loot, Ali. Ali, bitte. Was, wie, weshalb, warum, wieso ist das so? Momolein. So, ich werde euch jetzt verlassen hier. Was? Warum? Du lässt mich mit dir alleine? Ich geh jetzt noch ne Runde an den Wald spielen, dann geh ich um elf ins Bett. Was, du gehst ne Runde an den Wald spielen? Rette die Welt. Ah, ich hab verstanden, du gehst ne Runde an den Wald spielen. Das mach ich auch noch, vielleicht. Hä, das hab ich auch verstanden, hatte das ich gesagt. Ich dachte auch, dass du es gesagt hast. Was, durch im Wald? Wir werden beschossen! Dann was ist Gott. Äh... Wo schießt du denn? Wo schießt du denn? Wo schießt du denn? Da! Ich bin runtergefallen. Ali wieder. So, also hauen sie den Leuten hin, ich geh jetzt. Ja, ist schön, dass da war's, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns spätestens morgen wahrscheinlich oder so. Jo. Ciao. Bis dann. Er lässt mich alleine. Ist er wirklich umgegangen? Ja, ist er. Er lässt mich mit euch alleine. Ist das schlimm? Was du alles vor uns? Hm, naaah, nee. Okay, wahrscheinlich. Was soll das haben? Wahrscheinlich vor Fabi, nicht, aber vor mir. Nee, vor Fabi hab ich mehr Angst. Hat er doch gesagt. Hab ich das? Ich weiß nicht, was ich gesagt hab. Das ist schwierig, dass du bei mir her. Du hast gesagt, ja, wahrscheinlich eher vor Fabi, schon vor mir. Hab ich das? Nein, hast du nicht. Aber YouTube hat bald eine neue Funktion, die auf Twitch schon länger hat, dass man Clips erstellen kann. Dann könnte man sowas wieder festhalten. Das wäre total lustig. Ja. Dann müsste es so ein Best-Off, was sie dieses Spiel machen. Wie oft haben wir Ali wieder gesagt? Äh, hi, wieder da. Ja, äh, hi, äh, hi. Wie heißt er nochmal? I like hentai and memes. Ähm, wer ist das eigentlich? Vielleicht der Kahn? Von, also der war auch gestern, oder jetzt mal im MoStream. Also ich glaub, äh, also es kommt auch von Mo. Ja, kommt ja auch von Mo. Ich weiß nicht, ob er meine Stimme erkennt. Wenn du weißt, welche Stimme das ist. Es ist wieder mal Ali. Auch wenn ich es nicht weiß, der Name steht dahin. Du, der Name steht eh. Ich hab doch gesagt, dass es Ali ist. Der Name steht auch eh im Stream. Wenn man guckt, weißt du, wer alles mit mir in der Gruppe ist. Echt? Ja, das könnte auch genauso gut ich sein. Genau, du bist Ali. Lecken. Achso. Oh, das ist wieder gesagt. Da war's wieder. Kommst du noch mal? Da hinten. Ich glaub, ich bin schon unterwegs. Wie höflich sie ist. Ach, oh mein Gott. Was war das denn? Ja, ich bin grad fast runtergefallen. Uff. Ich scheue ich grad ein bisschen Oli hinterher. Was? Oh. Der schafft das schon. Genau. Ich werde beschossen! Oh, Sadie. Ihr sagt, ich scheue ich ihn. Ich würde was raushauen, aber mach ich jetzt nicht. Ich bin jetzt nett. Ich würde Moe aber wieder raushauen. Moe wieder. Los, hinterher. Los, los. Ali, im nächsten Stream von Moe müssen wir die ganze Zeit beschreiben. Moe wieder. Ey, jetzt beschießt du mich die ganze Zeit, weiß. Dann kommt gleich ein Gegner. Scheiße, ich hab keine Munition. Der hat noch mal Munition. Ich fahr schon auf, dass ich noch genug Muni für die Gegner habe. Ähm, Oli? Oh, das wollte ich nicht kaputt machen, ja? Hast du Munition? Äh, ich hab, in dieser Runde hab ich sogar, also ganz wenig. Ich hab... Ja, kommt ihr? Ja, ich hab mir eine Truhe gefunden. Ich würde aber ganz gerne in die Sonne gehen, weil ich gleich mal kurz aufkauen muss. Ja, dann gehen wir schon mal Richtung Zur. Ja, dann wird's. Ja, dann wird's. Ich kann ja auch führen. Ich muss aber nachher... Ne, ich hab noch ein bisschen Zeit, oder? Ja. Also, ich würde jetzt auch sagen, dass das jetzt so langsam die letzte Runde ist, ne? Ich wollte ja echt vor... Lookzeit Light! Ja, wo sind denn die, äh, ganzen Mods? Wir haben doch hier überall Mods. Fabius Mod, ähm, Ali ist Mod, das weißt du aber noch nicht. Was? Nix. Ah, ja. Ali ist wieder Mod. Diese wieder, hä, was, wie, hä? Jetzt hast du es verwirrt. Du bist bei Mo. Hm. Ja, bei Mo bin ich Mod, aber sonst... Und bei Kate war ich auch mal Mod. War? Warum war's? Weil ich, äh, bei ihr nicht mehr aktiv bin. So. Ich, sie mag... Ich glaub ich hab noch Mods drin, die sind schon seit drei Jahren nicht mehr aktiv, oder so. Ähm, hi Fabi. Ja, äh, Anna. Oh, Mann, da arsch mich nicht, Fabi. Anna ist... Anna, ja okay, Anna ist auch ab und zu mal da, die ist man bloß nicht, die ist mal so inaktiv da. Charlotte ist zum Beispiel noch Mod. Ja, aber Charlotte, die ist ja eh nie da. Ja, ich müsste eigentlich mal meine Mods aussortieren und aktive Mods nehmen. Ich bin halt wirklich nur auf Mo's Channel aktiv. Ja, es gibt wirklich an, ähm, keinen anderen YouTuber, wo ich wirklich tagtäglich da bin. Ja, du bist bei ihm auch Mod? Ja, aber vorher war ich schon. Ich hab, ich hab ein Stream von ihm geguckt, dann hab ich, glaub ich, einen Monat oder so ihn jeden Tag geguckt. Dann hab ich leider einen Stream verpasst, weil ich den Tag über verpennt habe. Ähm. 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 Und dann, ja, also ich bin wirklich tagtäglich da, sondern ich verpenne den halben Tag. Oh Gott. Ich bin kurz aufgekommen. Okay. Müssen wir Fabi beschützen kurz. Oh, ein Fisch. Kannst du den ruhig nehmen, weil du brauchst ein bisschen Heilung. Ähm. Okay, stimmt eigentlich. Und warte. Ich geb dir mal, ich hab davon nämlich zwei. Oh, ich hab vier insgesamt jetzt. Äh. Du hast davon welche? Ja, jetzt hab ich nur noch einen davon. Dann nehm ich davon ein. Dann nehm ich davon ein. Dankeschön. Bitte. Ich hab ihn grad los. So. Äh. Passt. Ah, ich muss doch dreimal so einen Fisch essen. Kannst du mich bitte töten? Geht er nicht. Egal, ich ertränke mich kurz, ja? Moment. Kannst du nicht. Und so. Hä? Wie ist das eklig? Schlamm. Kann man sich nicht ertränken? Nein, kann man nicht. Ich will aber. Ich versuch's. Ah, hier ist Schild, glaub ich. Hier werde ich sogar noch geheilt. Ah, das ist schön. Hier bleib ich. Theresa, wie geht's dir? Bist du kurz ins neue Jahr gekommen? Und was? Der wichtigste Mod fehlt. Wer ist denn der wichtigste Mod? Ah, du meinst Minuszeichen. Du meinst Minuszeichen. Was ist das? Hier, ähm. Wird geschossen überall? Hier drinnen tötet uns keiner. Hallo? Ich hab echt talent. Ich bin ja fast gegen den Kopf. Ich hab jeden Tag Talent. Ich suche mein Handy, obwohl ich's in der Hand habe. Oh mein Gott, ist mir das einmal passiert. Ich hab alle blöd angeguckt. Es suchen Leute ihr Handy? Obwohl man's nicht sagt. Du, aber das hab ich auch ganz oft. Ich find ganz oft mein Handy nicht. Und ich hab das aber auf laut los. Das heißt, mich kann auch keiner anrufen. Das bringt nichts. Ja, weißt du was mein Problem ist? Ich hab's. Ich hab das letztens erst wieder gehabt. Ich hab mit meinem Vater telefoniert und gesagt, ich muss ja langsam los, ne? Ich hab überhaupt keine Ahnung, wo es mein Handy ist. Weißt? Ich hab mit ihm telefoniert. Die typische Situation. Ähm. Hattet ihr noch nie, ne? Wo ist denn jetzt mein Handy? Ich hab letztens auch mein Handy gesucht, obwohl es direkt neben mir lag. Und das war direkt heute. Oh, was? Ach da, okay. Ich will hier drinnen bahn gehen, aber ich komm da nicht rein. Oli, bist voll. Ja, ich will. Ich weiß, aber ich hab trotzdem Bock. Komm, wir gehen da rauf. Los. Ja, warte. Warte, ich komm euch mal retten, weil ihr verkacktes eh ohne mich. Ohne mich. Wer ist denn jetzt grad wieder neu gespawnt? Oh, irgendjemand wieder. Wer hat diese Person gerettet? Das gefällt mir. Ich hab eine hier genockt. Der beachtet mich auch nicht, ne? Ja. Ah, jetzt wieder weg. Massenbrügelau hier. Au! Dann ist das noch mal zwei. Au, 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 au. Die Leute, Hilfe! Oh, der hat Lichtschwert. Ach nee. Weil hier hast du so aus wie ein Raketenwerfer. Nö, aber ich könnte mich grad mal gerne heilen. Äh, ja, ich hab's nicht. Ich hab, ich hab auch, ich hab alles gut. Nur, ich müsste. Alles, komm, 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 komm! Komm, komm! Trau dich! Trau dich! Los, komm! Komm! Na, traust du dich nicht mehr oder was? Los, komm her! Komm her! Komm, wenn du dich draus! Komm! Los! Du wirst sterben! Oli, der ist echt tot, der Typ! Was? Jetzt sagt Oli... Tod! Oli, die volle Sohne! Oh ne, jetzt ist die tot. Scheißegal, aber der ist tot! Der ist tot! Den hab ich's gezeigt! Dem, lauf, lauf, lauf! Lauf, lauf, lauf! Ja, du bist auch gleich tot! So wie's dich anhört! Scheißegal! Der ist ja schon tot! Ne, ich bin nicht tot! Du trägst mich noch! Du trägst ein Tier mit dir! Ähm... Ich bin mal in Steuerung hier! Ähm... Shiny Wolf! Willkommen! Was Ali ist toll! Oh! Wer hat das geschrieben, ne? Wer hat das geschrieben? Shiny Wolf hat das geschrieben! Melina! 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 Korrekt ist auch der beste Mod! Und der beste Mod ist... Wer braucht'n Medikett? Oh, ich weiß noch Foxy! Ähm... Hier, Oli bau'n Medikett! Äh... Danke, 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 danke! Ja... Ja, bitte! Ich hab' ne goldene Waffe! Oh, noch sechs weiteren! Ich glaub' ich muss ganz kurz was holen, ja? Okay, du schaffst das! Wir beschützen dich! Hier liegen noch... Oh! Oh! Oh mein Gott! Hier liegt Gott? Wo ist Gott? Sohne! Alter, hier ist es doof, Alter! Warte, du musst in die Sohne laufen! Oli, die Sohne steht! Ach so, die steht! Die steht! Du musst dich nicht beeilen! Ich habe... Ich habe... Ich habe so OP's da, wie ich hab'n Lichtschwert, ich hab' zwei ähm... zwei goldene Waffen und ne lila! Und drei Medikets! Ich komme jetzt auch nicht mehr für den Endkampf! Ja, komm! Wut, Wut, Wut! Komm! Wut, 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 Wut! So, ja! Okay! Oli, die Zone jetzt, langsamer! Ja, wir gehen was langsamer! Ja, 40 Sekunden! Welche? Kommt hier in den Seeren, damit wir uns noch kurz heilen können! Also, hier! Ah, das ist gut, das ist eine gute Idee! Oh! Ups! Ja, okay, ich hab' jetzt drei ge... Ich hab' jetzt drei gegeben! So, dann kann mich... Oh shit! Okay, keiner dran! Oli, hast du die... Du hast das Minis nicht mitgenommen! Oh! Was? Hab' ich mitgenommen haben? Die Minis! Ne, waren da welche? Hätt' du noch schneller Schild bekommen! Ja, ich hab' dir welche hingelegt! Ach so, hab' ich nicht gesehen! Du musst es mir doch sagen! Ich kann dir ja doch mal geben! Ich guck' gerade, dass niemand kommt! Ihr könnt euch heilen! Wer hat geschossen? Oli, da! Äh, was? Wo? Wie? Weshalb? Dann kannst du dich schneller heilen! Die Zone kommt! Leute, lauft! Oli, trink schnell! Zwei! Ich kann nicht heilen, weil ich schon geheilt bin soweit! Okay, dann kommt! 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 Wo ist meine Waffe hin? Ist jetzt egal! Es läuft einfach! Ich brauch' meine Waffe da! Ich will kein' los! Du, wir sind doch schon in der Zone, was du hast! Ja, jetzt aber! Ah! Kommt! Oli nicht alleine pushen! Oli braucht das alleine! Oli braucht keine Waffe! Oder auch nicht! Ich will nicht sterben! Bitte nicht finishen! Ah! Lass mich hier wohl! Bau doch! Oli hat es nicht so mit dem Bauern! Ich habe es nicht so mit dem Bauern! Fabi, ich komme zu dir! Ich komme zu dir, Fabi! Ah! Nein! Ich bin doch schon! Nein! Lecken! Ja, das war jetzt aber wirklich klar! Das war jetzt berechtigt! Ich hau' mal ab, ne? Oh, Alter! Oh, die kommt in die Wand! Ja, meine Karte bringt doch jetzt auch nichts mehr! Oh, da ist ein Midi! Danke! Ähm! 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 Du, Fabi! Ähm! Kämpf einfach! Du machst das! Du schaffst die letzten... Die letzten... Das sind... Das sind... Das sind noch... Ein ganzes Team! Uff! Alter! Belastetur! Nein! Ich muss noch mal! I'm too schlecht for this game and so... Und ähm... Aber Platz 3 ist... Das war so traurig! So, bin ich jetzt Level 45? Es ist traurig, dass ich nicht mehr lebe! Ja... Wir leben alle nicht mehr! Oh! Gut, dann kann ich jetzt... Und Fortnite schließen so weit, denke ich... Ja... Ich geh nochmal zur Lobby zurück und guck, was ich schönes bekommen habe... Ich hab heute so viele Skits bekommen, so glaube ich... Ich geh damit gleich penne! Warum denn das? Du hast doch morgen frei! Ich bin müde! Ich hab genau eine Stunde geschlafen! Soll ich dir ein Energy rüberbringen? Ich hab noch 3-4 Stück! Ne, lass mal! Ich bin leider hier Energy von morgen! Scheinhoff, äh... Auch wenn Ali nicht gewinnt... Ali ist, äh... Der Sieger der Herzen! Ja... Nicht die Siegerin der Herzen... Was? Oli, der Sieger... Der Herzen... Nicht Herz... Ich hab doch Herzen gesagt, oder? Nein, du hast Herz gesagt! Hab ich nicht! So... Beweis es mir, äh... Tu das im Nachhinein anpinnen und schreib es in einen Kommentar, wo ich das gesagt habe! Ich hab's nicht gesagt! So... Ich hab neue Nadebildschirme, juhu! Dann nehmen wir die nochmal! So, was hab ich noch? Ich habe noch ein neues... Warte, 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 warte! Was ist die Lackierung? Warte, warte, warte! Was denn? Auf was soll ich denn jetzt warten? Du hast das natürlich... Ah, die hat die Gruppe verlassen! So... Ja... So... Ich... Bin kurz davor wieder W-Waxe bekommen! Da fehlt nicht mehr viel! Auf was warte ich denn jetzt eigentlich? Keine Ahnung... Ja, okay, du hast wirklich Herzen gesagt, aber im Discord kam nur Herz an! Jaaa... Würde ich jetzt auch sagen... Ja, 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 ja... Mann, du, die ist wahr! Komm, wir tanzen noch eine Runde, bevor wir aufhören! Hier, dein Lieblingstanz! Dein... Dein neuer Lieblingstanz! Ähm... So... Hast du den? Griffbereit? Ja! 3, 2, 1... Jetzt rufen wir nicht angerufen, ey! Ist das bei dir gleichzeitig? Ne, nicht mal anjent! Bei mir auch nicht! So, ich würde dann sagen... Vielen Dank fürs Zuschauen! Kommt doch! Da ist ne Donation von 3 Euro, die sich jetzt... Das ist ne Fake Donation! Ey, Fake gibt's ja nicht, ja! Und Donations werden eh wahrscheinlich angesagt! Seit wann kann man eigentlich Donations Fake mit Twitch? Ja... Ähm... Auf jeden Fall! Es kommt jetzt auch kein Outro! Ich bin zu voll, jetzt auf den Knopf drauf zu drücken! Obwohl es haben ein paar abonniert! Ich drück doch drauf! Ähm... Was meintest du letztes Mal, dass du es meist tun möchtest? Äh... Ja, theoretisch... Morgen früh um 8 seid ihr gestört! Ja, sind sie anscheinend! Da schlaf ich noch! Also... Alter, Lenny, du bist so laut, ne? Ob du da noch schläfst, das ist die nächste Frage! Ich schlaf dann noch! Ich schlaf bestimmt irgendwie bis zum 12 gefühlt! Kannst du bitte Ali um 37 wecken! Vielen Dank! Mh... Ose! So, äh... Ja? Morgens um 8 oder abends um 8? Na, morgens! Okay! Ne, das war ein Scherz! Du äh... Da kam was rein! Schein, ihr Wolf! Danke für dein Abo! Ehre, Menina! Ja... Länger hat meine Stimme nicht mitgehalten! Boah, ich hab total Rücken! Ich muss mich auch gleich hinlegen, glaube ich! Ich wünsche euch, also wie gesagt, ne? Einen schönen Abend euch noch! Schön, dass ihr da wart! Bis morgen, also morgen kommen mindestens drei Streams! Mindestens, wenn ich es überfehle! Ähm... Einmal Fortnite, dann Roblox... Fortnite weiß ich noch nicht, aber Roblox auf jeden Fall! SSO muss ich wieder mal machen! Ähm... Übrigens, heute gab es das SSO-Update! Na, was kam denn heute? Heute kam... Heute kam... Ja, red! Heute kam dieses, ähm... Alte Rennen... Ähm... Klimpa? Oder wie der heißt? Im Winterdorf! Da! Ach so, okay! Und wenn ihr ins Winterdorf geht, ist ja da sonst immer so ein Rennen! Und das haben die jetzt heute reingekommen! Ah! Okay! Gut, dann kommt das... Und nächste Woche kommt das Jorvik-Stelle-Event! Irgendwie! Ja! Und übernächste Woche kommt das neue Gebiet! Neues Gebiet? Was? Wie? Wo? Ja, ich wollte einfach nur mal irgendwas passieren! Dass ich auch was zu massieren habe! Ähm... Ach... So! Was hast du gesagt? Nix! Kannst es wiederholen! Ähm... Ja, aber gut! Wie gesagt, euch noch einen schönen Abend... Ah, scheiße! Ich vergesse es jedes Mal! Und vergesst dich zu erzählen, wie oft Arli Lecken gesagt hat! Nein! Richtig! Ihr könnt was gewinnen! Was ist da passiert? Achso, okay! Gut! Ähm... Also! Euch einen schönen Abend! Bis zum nächsten Mal! Und... Gute Nacht! Schlaf gut! Tschüssi! Bis dann! Tschüss! Boi-Japp! ZG Ruippe! Did schmeiß nicht? Lo so war sie wo du... Och kamera! Oooh. Gute Nacht! Wirrym Armasạnhjaro! Boi- też kein Kon Besmmert!!! Ola digging P&AO bei... B submit counts! Also! Ja, ja! 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 Warum corona? Bis zum nächsten Mal.